Hey, ganz kurze Durchsage, bevor die Folge losgeht. Viele von euch haben es schon mitgekriegt, ich sage es trotzdem gerne nochmal. Ich bin aktuell auf Tour mit Zero. Und während ich das aufnehme, habe ich gerade eine Show hinter mir und morgen die nächste. Es macht mega Spass. Vielen, vielen Dank an alle, die bis jetzt gekommen sind. Wie ich gemerkt habe, sind auch viele von euch gekommen, wegen diesen Messages hier in diesem Podcast, dass ich auf Tour bin. Darum mache ich das weiter. Also, wenn ihr noch keine Tickets habt, geht jetzt auf meine Webseite www.joelvonmutzendwecher.ch Dort sind alle Tourtermine, die aktuell sind und Tickets dazu gibt es auch immer gerade. Geht darauf, sucht euch einen Ort aus, kauft Tickets, dann habt ihr euch die heutige Folge auch so richtig verdient. Das ist die heutige Leistungsgesellschaft. Okay, das war es schon von mir. Jetzt ganz viel Spass mit der aktuellen Folge. Oder vielleicht auch nicht so aktuell, einfach die, die ihr los habt. Okay, auf jeden Fall. Viel Spass. Ja gut, dann legen wir gleich los. Herzlich willkommen. Danke für mich, ist schon ewig her. Ich weiss gar nicht, wenn ich jetzt mal da war. Ich glaube, du bist Folge 5 oder so etwas gesehen. Okay. Und das ist jetzt bald, was ist das, vielleicht 147 oder sowas? Drei Jahre, drei, vier Jahre. Oktober 19. Oktober 19. Ja. Dort haben wir ja noch niemals gewusst, was alles noch passieren wird. Das ist schon verrückt und wenn ich heute so zurück schaue und habe mich auch jetzt, weißt du, in all diesen Serien, wo ich ja viele Serien schaue, dann siehst du dann wieder mal so Masken und Zeugen und Sachen. Oder wenn wieder mal ein Jahresrückblick ist oder so vor drei Jahren. Ja, 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 ja. Boah, dann ist es ein komisches Gefühl. Ich finde einfach faszinierend, wenn wir jetzt zum Beispiel den Pod einschauen würden, von uns damals. Ich finde es so geil, Leute zu sehen, die noch keine Ahnung haben. Ja, zum Glück. Geil? Boah. Zum Glück haben wir keine Ahnung. Das denke ich immer mal. Wenn man wüsste, was kommt, dann bist du... Nein, aber das ist eine ganz komische Zeit gewesen und was mich so im Nachhinein auch ein bisschen fasziniert, ist, wie man sich klar hat mitreissen von allem. Weisst du, wo man dann auch so die ganze negative Euphorie, weisst du, von dem zu Hause bleiben und weisst du, so das... Und du bist wirklich... Man hat das ernst genommen und was auf der einen Seite sicher auch gut gewesen ist, auf der anderen Seite so im Nachhinein. Also ohne Nachfragen oder irgendwie hat man das einfach mitgemacht. Das ist schon krass. Ja, und ich habe das Gefühl, anders wäre es, um überhaupt damit klar zu kommen, wäre es gar nicht möglich gewesen. Nein, und es ist auch... Man hätte sich irgendwie so positiv, euphorisch in dem Ganzen... Ja, aber weisst du, wenn ich dann so Musik höre von dieser Zeit, wo... So wie wenn ich Anya höre, weisst du ja auch gerade, was es war, Anna dazumal. Und dann hat ihr, weiss nicht mehr, das Radio irgendwie gesagt, das ist der Song gewesen, den wir am Morgen, am ersten Morgen laufen lassen, vom Lockdown. Und dann schudert es mich aber irgendwie ein bisschen auch unangenehm berührt, weisst du, so... Wir hatten noch einen Song zum Lockdown und der Aha, habe ich mir da witzig geschenkt. Ja, ich habe jetzt gerade in Zug gespielt und das erste Mal Solo gesehen, seit dem letzten Mal, was der letzte Oben vor dem Lockdown gesehen ist. Ja, gell, jetzt in so die Übung, dann, ja... Und dann kommst du so wieder wieder zurück, so, aha, das war hier. Ja, das habe ich auch, ich bin auch gerade im Casinotheater gewesen und das ist auch eine von meinen letzten Vorstellungen gewesen im Casinotheater, wo wir schon haben müssen, auch noch dazumal, ich glaube, Daten aufnehmen von den Leuten. Es ist dann so ein bisschen in die E-Phase gekommen und es ist eigentlich, von Tag zu Tag hat man nicht gewusst, können wir es noch machen, können wir es nicht machen. Es ist so wirklich, ich glaube, so Ende Februar gewesen, so um das, um im Zwanzig und dann, ach... Casinotheater habe ich sogar noch in dieser Woche gespielt, irgendwie der Zischtig oder so, und dann ist der Lockdown gekommen. Und dann, der erste, nach dem Lockdown, habe ich auch Casinotheater gespielt, Rampensau, wo dann 50 Leute mit Abstand gesessen sind. Ja. Auch die, die zusammengekommen sind, haben dann Abstand halten und so. Ja, es ist so, ach... Also, ich hoffe schon, dass das einmalig war. Ja, aber das Gute ist, dort habe ich mich daran gewöhnen können, dass halt immer wieder mal ein Platz frei ist, weißt du? Ja, also, stören tut es mich ja nicht wirklich, wenn du Platz hast. Ich bin ja auch der, der im Zug am Anfang froh wäre, nicht nur, wenn mein Abteil frei ist, sondern das nebendran eigentlich auch, dass ich dann wirklich allein wäre. Ich habe das Gefühl, die SBB macht das irgendwann noch. Und zwar so Abteilreservationen. Ach, das wäre geil. Weißt du wie? Aber dann hat es immer eine Gruppe, die sicher dort sitzen, wenn ich rum und dann musst du dann sagen, sorry, oben in die Zettel. Aber ich habe ja dann etwa, je mehr du nimmer, ich bin ja sehr selten im ÖV unterwegs, sondern in letzter Zeit bin ich dann wieder ein bisschen mehr im Tram unterwegs gewesen. Und dann kriege ich dann so paranoide Schübe, wo ich dann etwa denke, hey, wenn jetzt einer da hinten sitzt und mir da ein Ding, weißt du, plötzlich einer von hinten kommt und leitet dir so ein Draht um den Hals. Und so, du bist einfach dort also. Und dann hast du so wirklich leicht paranoid. Aber sonst geht es mir gut. Das freut mich. Ich bin kürzlich im Bus gewesen und dort habe ich dann irgendwann zwangsmässig Kopfhörer angezogen, weil ich gemerkt habe, ich bin schon mit so vielen verschiedenen Leben beschäftigt. Ja. Aber ich kann mich jetzt nicht nur mit mehr Leben beschäftigen. Ah, dann musst du ja nennen, dann musst du raus. Dann musst du. Neues Cancelling eigentlich. Genau, weil jemand hat so laut telefoniert und so privat, weißt du, wirklich so ohne Spür, dass ich wirklich so gedacht habe, aha, das ist jetzt, wie wenn ich beim Fernsehen würde, in einer Doku in ein Schlafzimmer zu schauen, weißt du? Das ist etwas, das geht mir so bei Vorstellungen, wenn ich irgendwo Garderobe in der Nähe habe, wo ich das Publikum auch, wo ich das Publikum höre, dann habe ich immer das Gefühl, ich lasse jetzt denen zu, weißt du? Und wenn einer sagt so irgendetwas, dann denkst du, oh nein, Scheisse, ich bin wirklich so vajoristisch unterwegs. Ich lasse jetzt denen zu, was sie von mir halten und das ist sehr unangenehm. Per Zufall gehört, mit dem Ohr an der Tür. Ja, per Zufall, wenn ich es hätte wollen, aber wenn ich es so wirklich höre, Leute, die vor dem Fenster durchlaufen und irgendwie darüber diskutieren, dass sie mich jetzt gerade geschaut haben, das finde ich sehr unangenehm. Das hat mir am Anfang, hat mir das aber sehr geholfen, wo der Chardin Duva, der Manuel, noch mein Regisseur gewesen ist, der ist ja auch für Mixed Shows und so, er ist oft mitgekommen zu schauen und dann ist halt einfach in der Pause, ist halt einfach so ein bisschen unterdrückt. Ah ja, wenn du jemanden hast, wo der Bord ein Ding macht. Unter den Leuten rumgelaufen und dann hat er gesagt, also, sehr viele haben es recht primitiv gemacht. So ein leichtes Kopf schütteln. Ja, eine hat wirklich mal aktiv den Kopf geschüttelt und immer gesagt, nein, nein, und er ist halt neben ihr gesessen. Ah, das hat mir... Für den Tryout. Ah, nein, das hat schon Leute im Publikum. Wir hatten ja letztens einen Comedy-Club, wo ist der Büssi ja dabei und dann hat sich einer sich, ich glaube, vorher so abgeschossen, da drin, dass er irgendwann auf die Bühne gerufen hat, weisst du, so zwei, dreimal. Und dann haben sie ihn rausgetan und dann habe ich mir auch überlegt, wie kriegst du dazu? Also, wenn du weisst, ich mache dir gar nicht eine Vorstellung, wie kannst du die fahren? Also, das ist dann nicht mehr ein Amateur, das ist nicht professionell zu laufen, wenn du einfach die so abschiessest, dass du nachher im Publikum so unangenehm auffallst. Es ist oft um die Weihnachtszeit rum. Ja, aber auch dann, also ich meine, auch wenn du einen lustigen Abend hast und ich meine, dann musst du ja schon recht früh angefangen haben. Ah, absolut, ja, ja. Und irgendwie hast du doch auch nach zwei, drei Gläser gemerkt, oh, 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 jetzt muss ich jetzt aufpassen, ich kann jetzt nicht voll, aber... Ich glaube, dort ist ein Dank, wie es dann eben, oh, 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 jetzt geht es los. Oh, fuck. Und nachher sind sie so unangenehm auffallen und am nächsten Tag, dann denkt er, ah, ist es völlig okay gewesen gestern. Ja, weiss es ja wahrscheinlich nicht mehr. Ja, es wird es mir auch wohl jemand sagen, vielleicht, du, gestern bist auch gut zu werden gewesen. Also, ich habe mal Quatsch Comedy Club in Hamburg und auch zur Weihnachtszeit. Und dann wird halt, das wird dann immer so, durch die Blume wird es dir schon ein bisschen angehündet. So, wir haben ein paar Firmen hier heute, die haben Fondue, ein wenig Fondue, effektiv Fleischfondue, also Fondue Chinoise. Unser Fondue, ich bin ein Käsefondue. Ah, ja. So, und dann sagen sie, sie hatten Fondue und ich so, ah, okay, und, haben sie es ausgenutzt, Fondue à Diskretion, oder? Ja, hauptsächlich Getränke. Ja, hauptsächlich, dann weisst du schon, okay. Nein. Und dann hat es auch einen gehabt, der hat die ganze Zeit, so. Und weisst du, eben nicht mal mehr mit Inhalt, sondern einfach nur stören. Nur Geräusche machen. Und ich bin, glaube ich, zweiter oder dritter gewesen im Line-Up. Und wo ich bin, habe ich nur, irgendwann mal so ganz kurz, habe ich es gehört, ganz hinten, so. Sonst, keine Ahnung. Das ist der Moment gewesen, wo er effektiv zusammengeklappt ist und dann an den Füßen rausgezogen hat. Bist du gerade angekommen? Nein, es ist doch so schlimm. Also, ich verstehe es nicht, wie du das kannst, dich so dermassen gehen lassen. Ein Kontrollverlust ist etwas, das sollte man ja irgendwann abstellen können. Ja. Und dann sagen, ah, ich weiss jetzt, wo die Grenze ist. Ja, vielleicht, ja. Aber, ja, das Phänomen. Es ist ein Phänomen. Aber es ist schon angenehm, an so einer Vorstellung, es braucht so wenig, um die Leute runterzubringen. Also, wenn du eine Stimme drin hast, musst du nur einen, irgendetwas. Und ich kann sehr schlecht auf solche Leute eingehen. Also, weisst du, ich bin völlig unspontan in so einem Moment, um einen in Senkel zu stellen und irgendwie etwas bereit zu haben. Das musst du ja bereit haben. Du kannst nicht einfach aus dem Steigerab, du musst schon sehr gut sein, wenn dann wirklich irgendwie, gerade in dem Moment kommt der Spruch, wo alle verrecken, weil du so wahnsinnig schlagfertig bist, bin ich nicht. Und darum bin ich so, so irgendetwas, wo ich spüre, da ist irgendeine Unruhe drin, das macht mich fertig. Nicht gerne. Ah, ich habe es, ich habe es, auf der Bühne habe ich es viel lieber, als wenn ich irgendwie Passagier bin. Ah ja, gut, selbst auch so. Also, weisst du, wenn ich, wenn ich entweder bei jemandem in der Show bin oder halt noch hinten warte, bis ich dran bin oder so und du spürst, wie die Energie anfängt zu schiften. Das ist mir viel unwohler, als wenn ich selber auf der Bühne bin. Ja, aber auf der Bühne ist es auch unangenehm, finde ich. Du brauchst, du musst dann wirklich mehr wissen, wie genau du im Timing musst sein, dass irgendwie, und das Wort muss man verstehen und wenn nur einer irgendwie so macht, dann musst du es wiederholen, weil so ist es ja gerade weg. Ja, wirklich, gerade weg. Und das ist ja so, ja, und darum so unruhe. Aber auch privat, also auch wenn du irgendwo bist und du spürst jetzt, oh, 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 nicht gut, irgendetwas liegt in der Luft und es gibt auch Leute, die dann plötzlich mit miteinander so streiten oder so. Ja, ja, das habe ich, früher noch habe ich das bei Familienessen gehabt, da bin ich immer so ein bisschen dort gesessen und dachte, oh, 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 es kippt, bis ich dann gemerkt habe, nein, die kennen sich irgendwie alle seit, keine Ahnung, 30 Jahre, 50 Jahre und das ist ihre Art, miteinander zu reden. Und das ist für alle in Ordnung, weil nachher sagt, jede und jeder sagt, das ist so eine schöne und sie meinen es auch, weißt du, und ich bin irgendwie zu sensibel gesehen in dem Moment. Nein, es ist schwierig, Konflikt, ja, genau, hey, 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 hey. Und dann kannst du ja mal nichts machen. Ja, nein, ausgeliefert. Aber vorher hast du das Casinotheater erwähnt. Ja. Und heute, wo ich da hergekommen bin, ist mir eingefallen, dass wir uns beim Casinotheater kennen gelernt haben. Haben wir uns nicht in Basel kennengelernt, Anna, dazumal, wo du mit dem Vater kam, ist zu schauen? Nein. Irgendwann. Haben wir uns erst im Casino, was haben wir dort gemacht, also mitgeteilt? Wir sind beide Premiere-Gäste gewesen. Von? Von Bröcki. Yes. Von seinem ersten Programm. Ist das das erste gewesen oder das zweite? Ah, das ist das zweite gewesen. Ich glaube, es ist das zweite gewesen, ja. Und dort haben wir uns kennengelernt. Ja. Ach, das weiss ich gar nicht mehr. Und da habe ich gedacht, das ist jetzt auch sicher 13 Jahre her oder so. Ja, mindestens. Weil dann bist du Januar 14, äh, Januar 11, bist du in die Primetime-Show gekommen. Das war dann in Basel gewesen? Ja. Ja. Das war dann in Balz, das war Primetime gewesen, oder? Nein, das war noch im Hebsen gewesen. Ah ja, stimmt. Das Hebsen. Und darum weiss ich aber sicher vor 2011. Ich weiss nicht, wenn der Bröcki die Premiere hatte. Ja, so die Zeit vergeht. Ja. Ach. Und da habe ich gedacht, du bist einer von den Menschen, die ich schon gekannt habe, bevor ich überhaupt Comedy gemacht habe. Ja, und ich habe in dem Fall die auch eigentlich von Anfang an dann, du hast, aber eben in Basel haben wir uns, glaube ich, im Taburettli irgendwann einmal dann getroffen. Aber dort hast du auch noch keine Comedy gemacht, glaube ich. Das ist, äh. Und Comedy Club, das Zelt, bin ich auch mal geschaut, noch mit Müller-Drossaart und so. Yes, es ist scheinbar, yes, es ist scheinbar, yes, es geht nicht. Ja. Das ist so lange her, ey. Und das finde ich dann so krass, wie, eben man hat das Gefühl, man macht ja immer das Gleiche und so. Und wenn du dann so einen Zeitstampfel anschaust, dann bist du auf einmal so, wow. Das habe ich auch noch gemacht und dann bin ich auch noch gewesen. Ja. Ja, das gibt es eh viele Sachen, wo ich denke, ah, das stimmt. Und dann gibt es so einzelne Leute, wo, das fasziniert mich, Leute, die wirklich noch den Weg kennen von dir. Weisst du, so ein Publikum, wo plötzlich auf Sachen ansprechen, wo mich auch immer sehr beeindruckt, wo dann irgendwie nicht einfach irgendwann in den letzten zwei, drei Jahren dazukommen sind, sondern schon ganz, wo dann sagen, du hast doch noch dort die Fernsehsendung und das. Ja, 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 ja. Das fasziniert mich immer, denke ich, stimmt, du bist wirklich von Anfang an mit dabei gewesen. Und ich, ich habe jetzt gerade das Gefühl, jetzt wo ich irgendwie gar nicht elf Jahre Standort mache, ich habe das Gefühl, ein paar von denen kommen bei mir jetzt zurück. Ja. Weisst du, die haben so ganz am Anfang, haben sie sich... Mutterschaftsurlaub gehabt und kommen jetzt zurück wieder. Genau, da haben sie zwei, drei Sachen von mir gegeben und vielleicht dann auch gefunden, jetzt ist es mal gut. Ja, oder ja, einfach irgendwie ist man mit anderen beschäftigt gewesen. Und jetzt kommen sie auf einmal mit und sagen dann aber irgendwie auch, äh, noch dort und dort, Primetime-Show, so und so. Und dann denkst du, boah, ja. Eben, habe ich nicht einmal mehr auf dem Schirm. Eben, je auch plötzlich. Ja, stimmt, ja. Das ist gut, sagst du mir das? Das habe ich gar nicht mehr gewusst. Nein, schon viel gemacht, der Fall. Ja. Wann hast du angefangen, effektiv... Stand-up? Ja. Also der allereiste Auftritt, den ich einmal gehabt habe, war mit dem Trio Eden, glaube ich etwa 2001 oder so, 2000, 2001, haben sie so, äh, auch so eine Mixed-Show gehabt, die hat geheißen One-Night-Stand in Zürich. Die hat es an verschiedenen Orten gegeben, ganz früher ist es, glaube ich, mal im Plüsch hat das, glaube ich, geheißen. Oder nein, Plüsch ist etwas anderes. Es ist dort bei der Kreuzstrasse irgendwie an einer Ecke hat es dort so einen Club gegeben. Und dort, und dann im weissen Wind, und im weissen Wind habe ich meinen allerersten Stand-up gehabt, wo ich sechs, sieben Minuten... Ich auch. Er ist auch immer im weissen Wind, das ist so der Ort gewesen. Und dann, und ich habe das letztendlich, lustigerweise noch, habe ich es auf Video und habe es angeschaut und habe es gefunden, das ist im Fall gar nicht so schlecht. Ja, echt? Sonst bin ich sehr kritisch. Aber man sagt ja eigentlich immer, der Erste ist meistens recht gut, und dann irgendwann fünftiger... Ja, und dann kommen alle und sagen, und dann denkst du, oh geil, ja, und dann geht es los. Einer von den schlimmsten war in Leukerbad, das ist dann, glaube ich, ein Jahr 2000, da ist noch der Gregoire Furrer und der Dani Gundelfinger, haben dort das Zürich Lacht-Festival damals gemacht. Ja. Und dann, von dem hat es einen Haufen Ableger gegeben, und dann hat es irgendwo in Leukerbad das Ding gegeben, so ein Klon- und irgendwas-Festival. Und dann hat der Gregoire gesagt, du musst unbedingt, kommst du auch und machst du 20 Minuten und so. Und dann habe ich mir etwas zusammengestiefelt, und das ist die absolute Katastrophe. Es ist eigentlich ein Wunder, dass ich dann irgendwann geblieben bin. Aber das ist ja dann aber, weil der Erste meistens gut ist, hält man sich an dem, oder? Ja, es denkt, ja, ja, komm, das ist einfach. Bringen wir schon her wieder. Aber 20 Minuten ist aber schon noch lange, wenn du noch nie das gemacht hast. Bama! Und das ist einer von den Schlimmsten gewesen, halt das Leukerbad, darum bin ich heute noch mit Leukerbad sehr, nicht eng, wo ich denke, boah, das erinnert mich so gut noch an den Abend. Und dann effektiv zuerst mal aufgetreten mit einem Programm, das war 2004, glaube ich im Oktober Jahr 2004. Und wo rechnest du jetzt, wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, nächstes Jahr ist 2024, würdest du dann für dich sagen, wow, 20 Jahre Jubiläum? Oder rechnest du ab dem ersten Auftritt? Nein, eigentlich schon, 2004, für mich wäre es nächstes Jahr 20 Jahre Jubiläum, weil von dort weg habe ich es eigentlich professioneller gemacht. Und vorher ist es mehr so, mal zwischendrin irgendwo, angefangen hat es ja mit dem, dass ich dann auch bei mir im Radio gewesen und habe dann so Moderationen gemacht, da wirst dann auch jemanden angefragt, vielleicht irgendeine Abendmoderation, und dann habe ich angefangen, so kleine Geschichten zu erzählen, einfach nur, dass ich nicht sagen muss, nur guten Abend miteinander, so, und dann aus diesen Geschichten ist dann auch das erste Programm eigentlich entstanden. Und natürlich aus dieser Enttäuschung auseinander, das einmal mit dem Schweizer Fernsehen, wo ich eine Sendung gehabt habe, und dann nicht mehr, darum hat es ja auch geheißen, der Ex-Prom jetzt ist das erste Programm. Und ja, und dann bin ich hängen geblieben, bin dann auch ziemlich schnell ans Humorfestival im 2004 eingeladen worden, für so einen Abend zusammen mit dem Andrea Zock. Und so bin ich dann an das Humorfestival und bin dann irgendwie wirklich tatsächlich hängen geblieben, an dem Ganzen. Ja, was ich immer geil finde, ein Kursaal kann alles sein. Heisst das für Kursaal? Ja, ja, das ist Kursaal, obwohl er nicht Kurs ist. Das ist eine Curling-Bude. Ja, du kannst wirklich den Kurs auch nicht erinnern. Casino ja auch, Casino ist ja ein Ausdruck, wo man immer das Gefühl hat, hey, da ist Casino. Nein, aber das ist so früher ein Ausdruck gewesen, ich weiss nicht mehr, wie Geschichte geht, aber auf jeden Fall ist das so traditionell, eine Zahl, wo Sachen stattfinden. Also, warte, jetzt, Trio Eden hat es dann schon gegeben, die haben auch, haben die schon Stand-up gemacht, oder sind die noch so als Trio auftreten? Äh, die sind einzeln, der Midi, der Guy hat Stand-up gemacht, der Guy hat Stand-up gemacht. Und der Helmi hat, also sie haben ja einzeln, sie haben so gemeinsame Sachen gehabt und in ihrem Programm sind sie dann auch einzeln wieder so als Auftreten mit Stand-ups. Und sie sind schon, also auch, der Midi, denke ich, ist schon einer von den Ersten gewesen, wo dann dann später auch wieder, ja, also die Stand-up-Geschichte ist natürlich schon sehr etwas Spezielles gewesen. Weil schon nur, als ich mit dem Solo, dem Fall 2013 angefangen habe, ist meine Feststellung gewesen, du musst immer und überall, zum Teil auf der Bühne erklären, was Stand-up-Comedy ist, weil sonst die Leute erwarten, jetzt... Jetzt kommt, genau, jetzt kommt noch die Gitarre, und jetzt kommt irgendeine Perücke, und jetzt kommt dann der Sketch, oder? Ja, also, wie tust du den Erklärernamen? Ich sage, du, einfach ein Mann, ein Mikrofon. Äh, jetzt habe ich es zum Glück schon lange genommen, ich habe dann irgendwann gesagt, äh, ich werde nicht singen, ich werde nicht das machen, ich werde nur, ich werde nur Geschichten erzählen. Geschichten erzählen, ja. Ja, genau. Und, äh, und, äh, und ich stelle mir vor, zehn Jahre vorher, ist das ja noch viel extremer gesehen. Ja, irgendwie ist das, aber das ist das Einzige gewesen, was für mich in Frage gekommen wäre. Also, das ist auch nie irgendwie zur Diskussion gestanden, zum Zweiten irgendetwas zu machen. Ich bin ja eh eigentlich immer allein gewesen, äh, ich bin ja auch nicht jetzt jemand, der wahnsinnig, äh, wo ich glaube, bei den Jungen sehr viel engeres, äh, zusammenheben ist, und man lädt einander ein an die Shows und so. Und bei uns hat es ja irgendwie gar nicht gross gegeben, dass man äh, äh, so verschiedene Stand-Upper gewesen wäre, die dann auch privat gut befreundet gewesen sind, und untereinander so wie zu Abing. Es hat ja fast keine Abing gegeben, wo man so mixed Abing hat es fast nicht gegeben, wenn, dann ist es schon sehr Kleinkunst gewesen auch. Ja. Und darum bin ich auch nicht irgendwie, weisst du, so extrem. Ich kenne zwar die Leute aus dieser Szene, natürlich über all die Jahre auch die meisten, auch die Eltern kennengelernt, weisst du, so Massimo Rogi, oder äh, all die, die vorher gewesen sind, aber, äh, dass ich jetzt eng wäre mit Leuten, äh, ganz, ganz befreundet, wir sehen einen guten Kontakt, aber sonst habe ich nicht so viel, äh, dass ich mich regelmässig austausche mit Comedians. Ja, es hat sicher, äh, es hat sicher damit zu tun, welche Klasse man ist, wenn man, wenn man anfängt, und ich habe schon das Gefühl, so, Büssi und Charlie sind so wie so eine halbe Klasse vor mir, weisst du, und dann bin ich so Winterklasse dazugekommen, Ja, 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 aber wir sind noch in der gleichen Schule gewesen. Genau, genau. Und bei uns ist es wirklich, ich bin allein gewesen, so ist es ein Spezialunterricht, privaten Unterricht, ja, ich habe nicht so viel, ja, genau, so eine integrierte. Und was, was für mich auch immer spannend ist, zu der Zeit, wenn man, wenn man mit Stand-Up angefangen hat, dann ist es ja auch, dass man selber irgendwie Stand-Up entdeckt hat. Heute ist es ja mehr so möglich, dass es einfach irgendwie an einen anderen kommt, aber dort hast du ja, wie, es hat ja keine Netflix gehabt, YouTube hat es auch noch nicht gehabt, das heisst, man hätte stand-up aktiv entdecken müssen. Und du hast auch Videos gehabt, also für mich eine von den grossen Entdeckungen, ja, noch dazumalisch gewesen, aber das ist schon Ende, also während der 80er, Ende 80er Jahre gewesen, ist der Eddie Murphy gewesen mit Raw. Ja. Und seinem Leatherdress, das ist so das erste Mal gewesen, glaube ich, dass ich wirklich mit Stand-Up in Kontakt gekommen bin, wo ich das Gefühl hatte, also die haben das auch noch nicht angelacht als Stand-Up, ich habe einfach gefunden, es ist grossartig gewesen. Raw ist das zweite Mal gewesen, das ist das erste Mal gewesen, ja, genau, einmal hat er einen roten Leatherdress, das ist Raw und dann einen blauen. Nein, genau, der rote ist Delirious und dann hat er den Violetti, aber der Hintergrund ist rot. Ja, das ist, irgendwie so. Und das sind schon, ja, man hätte es müssen, man hätte es müssen wirklich, hat man bei Seinfeld, hast du natürlich auch noch mal ein bisschen Stand-Up gesehen, von Jerry Seinfeld in der Serie dann, aber bei uns ist halt einfach, ich habe natürlich, ich bin, wo ich aufgewachsen bin, so in der, also dort, wo wir gewohnt haben, in Graubünden, dort haben wir auch lange kein Kabelfernsehen gehabt, also das heisst, wir haben dann lange ja nur die drei Schweizer Sender gehabt, später sind dann so die Deutschen und die Österreicher, glaube ich, dazu gekommen, aber so Privatfernsehen und alles, was sonst noch gekommen ist und so, das haben wir ewig nicht gehabt. Also ich habe auch viele, viele Serien, zum Beispiel Friends, oder, wo ein riesen Thema ist, ich habe das nie geschaut, ich habe keine Ahnung, was, was abgeht bei Friends. Ich weiss es, einfach, weil ich irgendwie die Zeit verpasst habe, wo man das am Fernsehen gesehen hat, ich habe natürlich auch lange Jahre nicht gross im Fernsehen geschaut, dadurch, dass ich einfach im Ausgang gewesen bin, dann zu dieser Zeit, oder, also zwischen 20 und 30 bin ich sehr viel unterwegs gewesen im Ausgang und so und dann habe ich es dann irgendwie nicht wirklich Serien geschaut. Wo ist man dann dort in den Ausgang? Ja, zwischen 20 und 30? Ja. Gut, also angefangen hat bei mir der Ausgang ja dann so mit 16, ich bin ja erst so mit 16 im Ausgang und dann bin ich natürlich in Chur gewesen, bin ja parallel im Internat gewesen im Engedin und habe dann durch das auch Kollegen gehabt, die da in Zürich gelebt haben. Und dann bin ich dann so zwischen 16 und 20 bin ich dann auch viel noch da in Zürich ausgegangen, grossartig gewesen. Noch illegale Clubs und so, auch noch kein, weisst du, so, Zürich ist ja ziemlich verschlafen gewesen, so in den 80er Jahre, Ende 80er Jahre, bis dann so, bis das Kaufleuten ist, glaube ich, auch erst Anfang des 90er Jahre dann aufgegangen. Ja. Früher hat es in Zürich Clubs, jetzt Roxy hat es gegeben und das Diagonal hat es gegeben und dann hat es dann irgendwann die Katakombe gegeben, weil das ist dann auch irgendwo da vorne am Escher Weissplatz ist das irgendwo, also ich weiss bis heute nicht mehr, wo das gewesen ist, aber das ist ja so wahnsinnige Welt gewesen für mich, wo ich unglaublich toll gefunden habe. Ich bin ja nie, weisst du, so richtig, bin ja nicht jedes Wochenende da gewesen, aber ich habe eigentlich relativ früh die Ausgangszeit von Zürich kennengelernt und dann bin ich in Chur viel im Ausgang gewesen und zwischen 20 und 30 bin ich ja dann, im 98 bin ich dann, wo ich 28 war, bin ich auf Zürich gekommen, dann bin ich beruflich viel unterwegs gewesen und damit sind eigentlich viele Sachen an mir vorbei, so Serien und so Sachen, komischerweise. Ja gut, wenn man im Ausgang ist, dann kann man nicht Serien schauen. Nein, und früher hast du sie ja wirklich gerade schauen, du hast ja nicht die Möglichkeit gehabt, es irgendwie nachzuschauen und das ist, ich habe noch lange gebraucht, bis ich habe umstellen im Kopf, dass ich weiss, ich habe eine Sendung nochmal schauen, weil ich bin ja so viele Jahre aufgewachsen mit dieser Zeit, oh scheisse, ich habe gestern diesen Film verpasst. Friends habe ich auf VHS gehabt. Ja, das wäre dann eben die andere Möglichkeit gewesen. Und zwar hast du immer geglaubt, pro VHS hast du eine Sexfolge gehabt. Zuerst Sex auf Deutsch synchronisiert und hinterher sind dann einfach noch Sex in Englisch gekommen, in Anspruch. Nein, ich habe das irgendwie viele Sachen geglaubt. Hast du es jetzt nie nachgelacht? Nein, ich habe es nie nachgelacht, obwohl ich ein grosser Fan bin von Jennifer Aniston. Ja. Und ich habe, für mich glaube ich, die erste Serie, die ich dann wirklich bewusst wieder gelacht habe, ist 24, wo ich dann als DVD-Serie natürlich auch richtig durchschauen konnte. Das ist ja das Gemeine gewesen. Weil 24 habe ich irgendwann, ich glaube vom Vater oder so, habe ich einfach so geguckt, was gerade rumliegt. Da habe ich gedacht, komm, ich schaue mal rein. Richtig, gell? Das war es. Das passiert gewesen. Ja, es ist wahnsinnig gewesen. Aber das sind ja wirklich so Aha-Erlebnisse gewesen. Beim Film und Serien gibt es so Aha-Erlebnis, wo plötzlich etwas kommt, wo du denkst, fuck, das haben wir jetzt noch nicht gesehen. Ja, ich meine, das habe ich kürzlich erzählt. Ich habe erst vor vielleicht jetzt zwei Jahren zum ersten Mal in meinem Leben Gladiator gesehen. Das ist natürlich ein grosser Moment. Und es gibt wirklich halt einfach so Filme, wo irgendwie, wenn sie rauskommen und du hast sie nicht in den ersten zwei Monaten geschaut, dann lässt du es irgendwie sein. Ja. Dann denkst du dir, ja, ja, ich schaue es irgendwann. Und danach hat es zweimal 20 Jahre später. Und dann sagst du, okay, ich glaube, ich schaue jetzt mal. Ja, also für mich ist ein Moment gewesen, kinotechnisch, wo ich wirklich auch etwas Neues entdeckt habe an Filmen, wo eine Stufe einfach höher gewesen ist. Das war zum Beispiel 7-7 gewesen. Ja. Das ist so plötzlich, da haben plötzlich jemanden gesagt, hey, ich habe einen Film gesehen, ich weiss, in einem Flugzeug oder irgendwo in Amerika oder so, weiss, sehr früh den Film gesehen und gesagt hat, hey, das haben wir noch nicht gesehen. Ja. Und es ist auch so gewesen, also es ist ja so, du hast ja vorher Action, Action-Comedy, Action-Zeug gehabt. Aber so, ich glaube, die, es ist ja brutal harten Film gewesen für die Zeit und das ist etwas Neues gewesen. Und das gibt es immer wieder etwas Neues, wo du denkst, jetzt sind wir einfach eine Stufe höher. Mega oft, habe ich das Gefühl, ja. Also jetzt bist du natürlich, jetzt hat man so viel gesehen und mittlerweile mit all diesen Möglichkeiten ist es natürlich schwierig, um immer wieder etwas Neues zu bringen. Aber es kommt zwischendrin wieder vor. Ich hatte, ich hatte das, damals hatte ich das Beispiel bei Inception. Also, weisst du, wie ursprünglich Matrix, habe ich gedacht, okay, das ist revolutionär. Und es gibt ein geiles Interview mit dem Tarantino, wo er sagt, dass auch das Marketing so viel Lust gemacht hat für Matrix. Weil er hat gesagt, in der heutigen Zeit hättest du die fünf geilsten Szenen, hättest du schon gesehen. Weisst, hättest du hundertmal gesehen, wie irgendwie der andere da ausweicht. Das ist auch neu. Das hast du dort kurz gesehen, niemand hat checkt, um was es geht. Du hättest keine Ahnung von der Geschichte und es sind nur so zehn oder 15 Sekunden Teaser gesehen, wo einfach irgendwie, du hättest ins Kino, um überhaupt zu wissen, was abgeht. Und der Tarantino erzählt dann, wenn er irgendwie eben gerade am ersten Tag geht, das kollektiv, ein Erlebnis vor, eben so wirklich, what the fuck, was ist das? So, und ich hatte dann das Gefühl, Inception, und da habe ich jetzt kürzlich wieder geschaut, habe ich gedacht, ah, schon wieder, Das sind die, die in Zukunft Mörder verhindern können. Ist das Inception? Inception ist das, wo sie in Träume gehen, wo sie in die Traumwelte gehen, mit dem DiCaprio. Okay, ja, ist glaube ich einer von denen, wo ich nicht rausgekommen bin, glaube ich. Ist nicht noch mit so Hochhäuser, wo sie so rufen, ah, aber die können eigentlich in Zukunft einen Mordhut verhindern, wo könnte in Zukunft passieren, oder so, äh, oder so. Quasi, sie gehen halt quasi ins Unterbewusstsein von Leuten, sie gehen sie im Schlaf, gehen sie in Träume rein und tun dort Sachen steuern und verändern, damit dann. Gut, aber das ist ein sehr vorausschauender Film gewesen, gell, wo man jetzt eigentlich so im Nachhinein denkt, ah, krass, wir sind noch nicht weit davon entfernt, was heute schon möglich ist, was dort auch noch damals wirklich einfach Zukunftsmusik gewesen ist. Ja, ja, ich habe jetzt gelesen, wie sich nebenan beamen, was man immer so als absolut unmöglich gesehen hat, bald könnte möglich sein, aufgrund von, dass du eigentlich per, ähm, wie es auch immer, keine Ahnung, per irgendeine sehr, sehr schnelle Verbindung, die in einen fremden Körper, also in dem Fall längstens ein Robotergerüst, transportierst, mit VR und all den Zeugs, dass du zum Beispiel in, ich weiss auch nicht, Rio de Janeiro, in das Robotergerüst kommst und alles siehst und die auch kannst bewegen, deinen Impuls kannst schicken, obwohl du da vom Virus im Sofa hockst. Tim, das ist eigentlich Faxe. Faxe ist für mich im Fall heute auch da immer ein Phänomen. Ich kann das nicht, ich weiss nicht, wie das geht. Faxe, finde ich, weisst du, das Mail kannst du noch eher, das Mail ist nicht physisch. Genau, das Mail ist so unbegriffbar, dass es einfach, es ist einfach zu logisch. Aber Faxe, dass du da etwas kopierst, quasi, wo nachher durch eine Telefonleitung geht und irgendwo wieder als Ganzes rauskommt, für mich unerklärlich. Ja, das ist ein bisschen schade, gibt es das nicht mehr. Faxe? Das gibt es, glaube ich, schon einmal. Ja, aber das braucht es ja niemand mehr. Nein, das braucht es niemand mehr. Hast du noch einen Pager gehabt? In dem Fall einmal, ich habe das einmal gehabt, das stimmt, ich habe wirklich einen Pager gehabt, bevor wir die Handys gehabt haben. Ist, habe ich einen Pager gehabt, so wie Drogenhändler. Aber es hat nie angenommen, ich glaube, ich habe auf dieser ganzen, das ist ja von Motorola, ein Motorola-Pager gewesen. Es ist, glaube ich, ich habe das, ich glaube, nie hat mir jemand darauf angelegt. Wirklich, ich habe das, ich weiss auch nicht mehr, wieso ich das gehabt habe. Sonst habe ich auch so einen Film raus, irgendwo in den Filmsätzen, und dann bin ich etwa 17, 18 Jahre gewesen, glaube ich, als ich so einen Pager gekauft habe. Und dann sind die Handys gekommen, dann, anfangs 90er, ich weiss ja noch, im Militär, im WK, hat einer so ein grosses Motorola-Handy gehabt, da, weisst du, das, das Graue mit einer so einer Antenne, so wie eine, so ein, wirklich das erste Handy-Handy. Ein von den ersten, ja, der riesen, riesen Ding. Und, äh, und beim Handy ist es auch so gewesen, darum, wenn man heute sagt, bei gewissen Sachen, ja, weisst du, das geht wieder vorbei, das wird sich nie durchsetzen, es wird immer alles bleiben. Vielleicht nicht ganz so, wie es als erste Ausgabe gekommen ist. Aber das Handy hat man ja am Anfang auch gesagt, es ist so wichtig, ja, schau, genau. Ja, genau da. Und, und beim ersten, hat man auch gesagt, es ist so wichtig, dass du bruchst, ich weiss ja noch, die Zwischenphase ist ja gewesen, Autotelefon, das ist ja geil. Ja, das ist ja geil gewesen, ja, ein ATL A, ein ATL B. Das hat zum Beispiel mit grossen und glätternes K. Weisst du, in der Seitenkonsole, ja. Ja, aber früher haben wir ja noch das Köfferchen, also da hast du wirklich noch das Köfferchen noch gehabt. Und das ist noch nicht einmal so lange her, ehrlicherweise. Dann bist du so gefahren, hast du dann doch schnell, ja. Aber das Problem ist, dass du gar nicht, du hast ja jemand anderes, das hätte auch erreichbar sein müssen, und 99% der Leute hatten ja kein Handy. Du hattest einfach Haia anrufen, dass der Balkon ist. Ja, quasi, und hat sehr viel gekostet, glaube ich, eine Minute, 50 Franken oder so, also sehr teuer, die ganzen ersten. Ja, ich meine, das Handy, eben so, wie es jetzt da ist, denkst du gar nicht mehr, dass es mal ein Handy war, weil, wo dann das Smartphone gekommen ist, und ich noch weiss, wie mir dort jemand erzählt, bevor das iPhone rausgekommen ist, hat gesagt, hey, ich bin in Amerika gesehen, und iPhone, hast du überall schon gehört, aber du hast es noch nicht wirklich verstehen können, hat er gesagt, das ist Wahnsinn, dann hast du ein Foto, und du machst mit den Fingern auf den Bildschirm, machst du es so, und das Foto wird grösser, und mein Hirn ist wirklich so gesehen, wow, was? Und er sagte, ja, und wenn du das nächste Foto willst anschauen, machst du einfach so. So einfach. Und weißt du, nur die Vorstellung damals, ist er gesehen, oh mein Gott. Was kommt da auf uns zu? Wie auch du dir das überlegst, wenn du sagst, okay, wenn wir es jetzt schaffen, wirklich so einen grossen Bildschirm zu machen, wo man kann steuern mit den Fingern, was machen wir denn? Oh, wenn man es so macht, macht das besser. Wenn man so macht, macht das gleich. Ich denke, es hat früher schon, es hat von, ich weiss nicht mehr, wie die Marke gewesen ist, es hat schon die Smartphones in dem Sinn, es hat ja Vorgänger gegeben, zum Beispiel von Nokia. Der Nokia Communicator. Genau. Und dann hat es aber noch so, einen kleinen Laptop gesehen. Blackberry. Blackberry, aber noch einen anderen, hätte es noch etwas gegeben, auch einen Arten Blackberry, den auch einen Stift gehabt hat. Palm, genau, der Palm. Genau. Und von dem her, habe ich das irgendwie immer, und das Ding hat ja, Apple hatte ja schon ganz früher einen Arten Palm gehabt, also so ein, wie soll man sagen, Vorgänger vom iPad, schon vor Urzeiten. Und, aber dann das iPhone ist schon krass gewesen. Das ist ja schön mit dieser Ding noch unten, mit dieser Schale. Ja, und dann noch der graue Streifen. Hat es noch gehabt, ja. Das allererste. Und die haben, glaube ich, 2007, glaube ich, ist das erste. Ja, dann ist es rausgekommen. Und dort habe ich das, zuvor am Anfang, mich ein bisschen verweigert, oder habe ich das Gefühl, ich brauche das, glaube ich nicht. Also, ich weiss nicht. Und irgendwann bin ich dann darauf umgestiegen. Ich bin auch erst dann, zu Apple gekommen, glaube ich. Früher bin ich dann wirklich so Windows 95. Windows alles mit, ja, es hat ja nichts gekostet, irgendwie, im Verhältnis zu Apple. Ja. Und, aber nachher bin ich dann wirklich ein Macianer geworden. Ja, ich bin fürs erste iPhone, bin ich mit dem Velo von Basel auf St. Louis, auf Frankreich, in Orange Shop. Ah ja, in Orange, ja. Und habe ohne Abo nichts, habe ich einfach für 1'000 Euro und dort sind 1'000 Euro noch nie 90er Appet. Ja. Oder 1 Euro ist noch nie Ja, dann bist du irgendwie. Ja, schau da. Ah, umgekehrt, ich habe es gesehen, unten ist der schwarze Streifel gesehen. Genau. Bin ich, bin ich da dahin gefahren, weil in der Schweiz ist es im ersten halben Jahr später gekommen. und ich habe es einfach unbedingt wollen. Ich bin es so angefressen gesehen von dem und ich bin in dem Fall 19 gesehen, knapp 20. Und dann ist es noch, wie hat es geheißen, Simlocked, ist es noch gesehen. Ja. Das heisst, ich hätte nur mit einer französischen Sim überhaupt von Orange hätte ich können und habe es müssen jailbrechen. Das heisst, ich hatte dann irgendwie zwei Jahre lang so, habe ich so nicht offizielle Apps da drauf gehabt. Und es ist irgendwie noch geil gewesen, weil alle, wo es dann kamen, haben sie gesagt, hey, der Kompass, schau mal, das ist schon geil. Ja, der Kompass war noch nie, ich habe noch nie den Kompass gebraucht. Jetzt habe ich da auf meiner neuen Ultra Apple Watch auch irgendwie Kompass-Zeug aus Höhen. Man weiss nicht mehr. Ein Kollege von mir hat damals mit dem Kompass, der hat er irgendwie toll gefunden, aber hat natürlich noch nie ein Abo gehabt mit inklusiv Volumen. Aha. Irgendeine Rechnung gegen 350. Nein, wahnsinnig. Wegen dem Kompass. Ja, nein, wo alt hast, musst du zeigen. Schau mal, wie geil. Ping, 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 ping. Ja, ich bin verrückt. Und das ist noch nicht so lange her. Nein, das ist jetzt irgendwie 15, 16 Jahre her. Das ist aber schon verrückt. Also, die, die vor dem Film geredet haben, weisst du, so Momente, die einzigartig waren, das hat es früher natürlich auch bei, in der Technik basiert, das ist ja nicht mehr so wahnsinnig. Jetzt sind ja alles weiterentwicklungen. Und lange habe ich immer das Gefühl, es sei nicht viel passiert. Also, bis eigentlich dann so die, die ganzen, über die Iphones rausgekommen sind. Und so, vorher ist es irgendwie einfach, es hat ein bisschen bessere Fernsehe gegeben, es hat ein bisschen bessere Weiterentwicklung. Aber dann hat es einen Moment gegeben, jetzt ist komplett etwas Neues. Und das, im Moment passiert das nicht mehr so wahnsinnig viel, glaubt es mir. die letzten Jahre ist einfach alles super schnell gegangen, aber viel Weiterentwicklungen. Aber so gerade neue Innovationen hat es jetzt nicht so wahnsinnig gegeben. Das ist ja zum Beispiel spannend mit AI, oder KI, wie soll man es nennen, wo, wegen dem Chat GPT, die Leute komplett ausgerastet sind. Und da habe ich ein Interview gelesen mit, ja, irgendeinem Technikwissenschaftler, wie soll man, wo es sagt, das Einzige, was sich verändert hat, ist der Zugang dazu, dass du jetzt als Privatperson einfach etwas eintippen und das spuckt es raus. Aber die Mechanismen, die dahinter laufen, die gibt es seit, keine Ahnung, 10, 15 Jahren oder was weiss ich. Aber einfach, dass du jetzt auf deinem Bildschicht das da vorne hast, das ist so, für die Leute ist das dann so, oh mein Gott, oder? Aber, dass KI so funktioniert und sich konstant weiterentwickelt, ist nicht wegen dem, was dann passiert. Und das ist auch Wahnsinn, das bewundere ich auch, Leute, die das Zeug programmieren. Ja. Das ist für mich auch, wirklich, das ist so weit weg, dass es Leute, oder jetzt kommt dann GTA, wie heisst es, glaube ich, gell? Mhm. GTA 5 oder 6, ist jetzt gerade der Trailer heute rausgekommen. Wirklich? Ja. Ich meine, wenn du es anschaust, denkst du, hey, fuck, sieht das aus. Ja, ja, ja. So ein fiktives Miami, hey, und das ist wirklich fast schon Spielfilmqualität. Und dann denkst du, weisst du, das muss, irgendjemand muss das machen. Ein paar Freaks im Büro, die einfach so etwas programmieren, dass sie nachher daheim einen Film schauen, quasi, und das ist unglaublich. Ich verwirsche mich manchmal, weisst du, dann schaue ich auf YouTube, schaue ich irgendein Video über Racing, keine Ahnung was, und dann brauchen sie manchmal, brauchen sie Footage von irgendeinem, weisst du auch nicht, Gran Turismo, oder irgendeinem Racing Game, und ich brauche manchmal schon so 5, 10 Sekunden, bis ich merke, das ist jetzt keine Filmaufnahme, das ist jetzt Computer generiert. Einfach programmieren. Ja. Das ist schon. Und dann schaue ich hingegen wieder irgendeinen riesen Hollywood-Film, wo du nach einer Sekunde denkst, boah, das sieht jetzt aber, wie viel hat das gekostet? Sehr künstlich aus. Ja. Ja. Und jetzt haben sie ja vorher, als wir Matrix über das geredet haben, die ja neu war, die Technik mit den, ich weiss nicht, wie für Kameras. Motion Capture. Ja. Und jetzt sind sie ja schon so weit, also die Greenbox ist ja eliminiert worden und einer von den ersten Filmen ist letztens, vor zwei, drei Jahren rausgekommen, mit einem ganz neuen Ding ist, wo du eine Art riesen Video-Wand hast, und nachher auch so durch alles durch computerisiert gerechnet ist, aber du tust dann eine Art die Landschaft filmen, aber das tut es nachher so umrechnen, dass du also, wenn du näher kommst, wird es dann auch näher und alles. und das hast du dann riesen, riesen Inwände und somit hast du alle, das ist dann nichts mehr real. Da hast du einfach ganz Schottland oder was auch immer als Hintergrund und das ist dann, dort kannst du dann alles reinbringen. Das ist unglaublich, was da kommt. Das ist ein Schaden, ein bisschen. Das hat mich bei der zweite Reihe von den Star Wars Filmen gekommen ist, da bin ich eigentlich in einem sehr guten Alter gewesen, um so richtig gehuckt zu werden, weil ich bin irgendwie so Teenager gewesen, dass du denkst, jetzt könnte Star Wars voll einschlagen. Und mich hat dann immer so ein bisschen rausgerissen, dass ich halt auf die Bilder gesehen habe, wie der Samuel L. Jackson und der Ewan McGregor und alle die, eben auf dem zu einem grünen Raum stehen mit ihren komischen Kostümen. Und das ist dann gerade die komische Zeit gesehen, wo das eben so wie angefangen hat. Es ist noch nicht normal gewesen, so ein bisschen revolutionär. Und dann habe ich das wie nicht können trennen. Ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, die stehen jetzt auf dem grünen Raum. Ja, das ist so gemein. Das ist so wie äh... Ah, das ist jetzt die LED-Wahl... Ui, 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 ui. Oh mein Gott. Ja, es ist so krass und das hat man auch alles gefühlt. So ein Sphere-Linwand-mässiges Ding, oder? Ja, ich weiss gar nicht, wie heisst das Video von Virtual Production. Aber das ist jetzt das Neue eigentlich, dass man dann die Greenbox nicht mehr hat, sondern dass es dann wirklich hinten ein Video läuft und der erste Film jetzt in letzter Zeit... Also der ist dann irgendwann hat es der erste Film, aber ich weiss nicht mehr, wie er heisst. Und das ist krass. Und das ist ja das Gleiche wie bei Zauberei vor Bühne, oder? Ja. Das ist ja das, sich anstatt sich verzaubern lassen, sitzt jeder und sagt, hey, fuck, ich weiss, wie er es macht. Hey, macht er es so, oder macht er es so? Heidli geht und jeder hat es so, das ist unglaublich, sie hat mich so verzaubern lassen, so, oder jeder will nur wissen, hey, nein, wie macht er es? Ich sehe es, ich sehe es, was er macht und das ist ein bisschen beim Film das Gleiche. Du denkst, wie hättet ihr das gemacht? Und schon, dass du einfach sagst, hey, es ist einfach geil, wir lehnt uns. Gut, wenn es wirklich, wirklich geil ist, dann gehst du ja aus dem Hause. Ja. Also weiss. Aber eben, wenn du es immer vor dir hast und denkst, der steht noch vor der Greenbox. Nein, aber wenn ich zum Beispiel Birdman geschaut habe, weiss ich noch, wie sie denkt, okay, was alles One-Take, natürlich sind es Szenen, wo dann halt auch von einem guten Übergang gemacht wird, aber ich habe dann wie gemerkt, so nach 20 Minuten, ist mir das alles egal gewesen. Birdman ist das Theater, gell? Der ist der Ding, ach, das ist einer von den grössten Filmen. Boah, ist das einer von den grössten Filmen. Das ist so geil. Und dort ist es halt wirklich, dann merkst du, okay, wenn es halt stimmt. Ja, das stimmt natürlich, weil dort geht es auch nicht darum, zum etwas zu suggerieren, was nicht ist. Also nicht irgendwie einen Trick herzustellen, indem du einfach tausende Millionen von Römern oder Zombies hast, die vorne dran stehen, sondern dort geht es darum, wie geil das ineinander ist und wie das gewechselt hat. Dort ist es ein geiler Trick für den Film, zum wirklich ein geiles Element. Aber eben, wenn du einfach im Hintergrund schaust und denkst, ach, schau, da sind ja gar nicht richtige Leute, die dort stehen, sondern da ist alles drin. Was halt auch noch spannend ist, denke ich immer so, Masse ist ja etwas, das nicht mehr so beeindruckend ist. Ja, außer das ist noch mal, es ist nicht beschissen. Genau, aber wenn jetzt der Computer generiert, von mir aus eine Million Menschen sichtbar ist, gibt dir das keinen Effekt. Nein, außer du weisst, dass der eine Million Menschen organisiert hat, der Regisseur, und dort hergestellt, dann denkst du, wow, wo hat die eine Million Menschen, die dort stehen. Und dasselbe denke ich mit einem Auto, das explodiert, das ist völlig dumm, zu denken, aber wenn ich weiss, das Auto ist wirklich explodiert in dem Film, dann finde ich, boah, ein Aston Martin, oh nein, sie haben ihn voll kaputt gemacht, oh nein. Das hat aber etwas gekostet. Ja, genau, dann ist es geil, das ist eigentlich, dann ist es stimmt, ja. Und wenn du siehst, dass es ein Trick ist, denkst du, sonst ist es auf der Kunde. Ja, ja. Ja, es muss schon etwas kosten, finde ich, wenn du schon eine geile Exposition hast. Aber das Gleiche ist zum Beispiel, den Effekt habe ich ja bei The Lord of the Rings oder so, dort vergiss ich ja dann auch irgendwann das alles. Dann bist du einfach drin. Ja. Und darum denke ich immer so, wenn der Inhalt gut ist, ist das Gleiche auch bei Comedy. Ich weiss nicht, wie viel Comedy du noch schaust. Ich habe gemerkt, ich schaue nicht mehr so viel wie auch schon. Ja, ich schaue dann hin und wieder schon mal so ein bisschen, weil ich einfach extrem viel auch wieder denke, geil, stimmt. Ja. Weisst du, wir leben ja von dieser ganzen Alltagsbeobachtung und so und mir fällt einfach öfter mal auf, dass ich, wenn ich viel unterwegs bin, dann habe ich fast keine Zeit und dann bin ich viel zu Hause und ich habe wahnsinnig wenig Inputs. Weisst du so, es passiert nicht so viel, dass ich dann tagelang in der Stadt sitzen und Leute sehen und ich sitze in meinem Auto und da passiert jetzt nicht wahnsinnig viel. Dann gehe ich an Auftrittsort, dann habe ich, da gibt es lange Zeit nichts und dann schaue ich wieder mal irgendwie etwas, wo ich denke, geil, stimmt. Das ist ein Thema, das ich gar noch nicht angeschaut habe. Einfach ein Wort, irgendwie Spiegeleier und dann denkst du, stimmt, Spiegeleier, geil. Und dann gibt es wieder etwas, wir leben ja, das hat letztens in dem Podcast auch gesagt, in dem Podcast, er hat gesagt, wir leben ja, es ist darum gegangen, was haben die Leute für eine falsche Vorstellung von dir, wo du eigentlich nicht bist. Und dann hat er gesagt, ich bin nicht kreativ in dem Sinn, dass ich von null auf etwas schreibe, weisst du? Jetzt sitzen wir her auf eissen Plattpapier und jetzt schreibe die geilste Geschichte. Sondern meistens sind es ja wirklich dann Eindrücke von aussen, die kommen, wenn mir jemand ein Stichwort gibt, dann kann ich darauf aufbauen. Aber von null her ist es extrem schwierig, ich finde. Ja, was sagt das? Gut, das sagen sicher viele. Aber wo habe ich das jetzt gerade gelesen? Nein, ich habe es nicht gelesen. Ah, ich weiss wieder, Marco Pierre White, ein Starkoch, der hat unter Gordon Ramsay ausgebildet. Und der sagt, auch vom Kochen, sagt er irgendwie, alles, alles, was gut ist, ich kann es natürlich absolut nicht so wiedergeben, wenn er es gesagt hat, aber er sagt, nichts ist von null auf, die richtig guten Sachen, es ist nicht von null auf erfunden, sondern die richtig guten Sachen sind ganz viele kleine Sachen perfekt gemacht. und dann wird es grossartig und es ist oft refining. Es ist oft irgendwie, Bolognese gibt es ja schon ewig gerne, oder? Und dass jetzt du eine geilere Bolognese machst, heisst, das, Ich muss auf dem aufbauen, ich muss etwas jetzt einfach noch zusätzlich etwas rein, was wirklich perfekt macht. Und Tarantino sagt, alles ist Imitation. Ja, es ist ein... Du kannst es nicht von null auf, sondern es ist so eine ewige... Und gerade bei uns ist es ja auch so, dass wir, wir leben ja alle dann das gleiche Leben. Darum habe ich die Covid-Zeit kreativ, nicht für mich selber oder wie auch immer, schwierig gefunden, sondern das Ergebnis davon, dass dann so, sagen wir jetzt, 2021, 2021, 2022, so dort rum, dort habe ich dann eben auch keinen Bock mehr Comedy zu schauen. Ja. Und es ist wirklich einfach überall das Gleiche gewesen. Ja. Was hast du sonst erlebt? Lockdown. Es hat ja, und zwar nicht einmal ist es darum gegangen, ob jetzt alle eine Stunde Covid-Material haben, aber offensichtlich haben sie ja sonst nichts zu erzählen. Ja, es passiert nichts. Du hast nicht irgendwie eine lustige Geschichte gehabt, wie ich dort unterwegs bin und keine Ahnung, auf Reisen ist ein ganz lustiger Typ zu mir gekommen. Was auch immer. Es gibt wenig Inputs und das ist das, wo halt in so Situationen fehlt. Und darum sind es wirklich, haben wir es dann kleine Stichworte, wo irgendwie eine Geschichte gibt, wo du denkst, geil, das habe ich bei dem und dem gesehen, aus dem könnte ich etwas machen. Ja. Weil ich muss dann einfach irgendwie eine Idee haben. Und was ich eigentlich wollte sagen, ist eben, wenn ich Comedy schaue, gibt es ab und zu eine solche, wo es mir reinnimmt, wo ich nicht mehr überlege, wie haben sie das jetzt gemacht, oder aha, wo geht die Geschichte wahrscheinlich an, sondern ich höre einfach zu. Ja. Und ich glaube, das muss das Ziel sein, überhaupt in Comedy. Ja. Das Zuhören und auch nicht so konstruierte Sachen, in dem Sinn, wir tun ja alles überspitzen. Aber grundsätzlich glaube ich, glaube man es, es könnte sein, was wir erzählen. Ja. Und es ist auch vieles so, dass es könnte oder auch sie ist. Und das Geile ist, wenn es dann eben wirklich wie egal ist. Ja. Aber du merkst es dann auch bei denen, oder bei Nummern, wo ich denke, ich glaube nicht. Weisst du, so gestern bin ich an der Bar gestanden und das ist dann so. Nein, aber es gibt die, also weisst du, ich habe es immer, das habe ich immer so in meinem Kopf als Beispiel, der Maxi hat eine Nummer, die du vielleicht mal gesehen hast, wo er es hat, wenn er in Berlin einen Spatz zuschaut, wo irgendwie, ah, er ist im Kaffee und schaut raus und schaut, was der Spatz macht. und es wird fünf Minuten und es wird immer wie ein bisschen absurder. Aber das ist auch, das ist lustig. Und es ist einfach egal. Es ist egal, was davon stimmt, wie viel davon stimmt. Aber ich glaube, das kann durchaus auch stimmen und dann kommen die weiteren Ideen, aber jemand, die tun es mir dann vorhin einfach an, ja, gestern bin ich in einer Bar gestanden, um nachher irgendeinen Witz zu erzählen. Ja, ich bin mal mit jemandem auftreten, wo zwischen, warte ich jetzt, in einem Minuten Abstand ist die Person Single gewesen und in einer Beziehung. Genau. Und du denkst, ach nein. Und du denkst, überleg doch wenigstens das, überleg doch wenigstens, dass das aufgeht. Ja, und das stimmt, ja. Nein, und das merken die Leute. Also merken die Leute, merken, wenn es konstruierte Geschichte ist. Vielen ist es egal, also, oder merken es vielleicht effektiv auch nicht, aber ich finde dann schon, wenn ich es irgendwie, wenn ich eine schöne Geschichte höre, aber entweder ist sie so brillant, dass es überhaupt keine Rolle spielt, und sonst merkst du es nicht. Ich sehe es immer wie, weißt du, wenn bei einem Film am Anfang kommt, based on a true story, oder? Wo du so denkst, ah ja, die Charaktere, er wird so, ich weiss, Oppenheimer. Ich glaube nicht, dass das Gespräch mit dem Einstein jemals so stand. Also weisst du mal? Ja, das ist ja die Frage, das ist ja bei der Crown auch, sind denn hier, ist wirklich jemand drinnen gewesen dort? Darf ich noch fragen, haben die Kameras drinnen gehabt, wo die Queen mit der Maggie Thatcher dort drinnen gehockt ist? Oder wie ist denn das genau gelaufen? So, und ich sehe es immer ein bisschen als das, oder? So quasi, es ist alles eingenommen. Ja, man weiss, die haben sich getroffen, und die werden ein Gespräch gehabt haben. Was genau, weiss man nicht, aber das können wir uns jetzt einfach mal ein gutes Drehbuch schreiben. Und das finde ich auch völlig okay. Ja. So, und jetzt kommt der ganz komische Moment, wo der Podcast unterbrochen wird, für die Mitteilung von mir, dass ich aktuell auf Tour bin, mit dem Programm Zero. Das ist für alle die, die den ersten Teil immer so schnell wegspülen. Darum müssen Sie jetzt halt schnell hören. Ich bin auf Tour, Zero heisst das Programm, Tickets und alle Termine gibt es auf meiner Webseite www.joel.com Wenn du das noch nicht gemacht hast, noch keine Tickets gekauft hast, dann tun Sie jetzt schnell den Podcast pausieren, gehen auf die Webseite, kaufen Tickets, und dann lösst du weiter. Okay, jetzt geht es schon weiter. Absolut. Und du bist jetzt unterwegs mit dem Aufregel. Und was ich mir auch überlegt habe, wo ich da angefahren bin, wir kennen uns irgendwie schon seit, ich weiß nicht, 13, 14 Jahre. Du machst dann von jetzt, das sind knapp 20. Und von aussen, und das ist ja immer das Lustige, von aussen ist so, irgendwann, und niemand weiss genau, wann, ist es auf einmal gesehen, dass du jetzt ein von den Erfolgreichsten in der Schweiz bist. Und das ist, für dich natürlich, ist es ein Prozess, und du siehst es konstant, und du siehst wirklich Schritt für Schritt, wie das passiert. Aber ich finde es so lustig, wie die Aussenwahrnehmung, einfach irgendwann, es ist so, ah, jetzt ist er da. Ja, das ist auch für mich ein bisschen, ja, das ist so etwas, ich habe jetzt gerade gehört, zu mir jemandem über das geredet, das ist ja das Schöne, jetzt bin ich 53, und ich darf sagen, ich habe sicher jetzt im Moment die beste Zeit auch, vielleicht seit etwa 3, 4 Jahren, wo dann auch losgegangen ist, dass mir dann, dass wirklich das Publikum so gekommen ist, dass ich nicht habe müssen, nur rundum zählen. Also weisst, ich meine, es ist mir immer eigentlich anständig gelaufen, rundum zählen, weisst, und das habe ich jetzt, vielleicht ein bisschen auch länger, aber, es ist wirklich der Prozess, wo gut ist, dass der so lange geht, dass man dann irgendwann so weit ist, dass man sagen kann, ja, jetzt bist du wirklich, das ist das, wo man eigentlich immer, wolle, wenn du jung bist, weisst, wenn du jetzt in den ganzen Hype-Zeiten, wo du irgendwie, plötzlich ist einer, oh, oder das Video ist viral gegangen, und jetzt, bam, hoch, mit 18, oder ich habe jetzt gerade die echte Dokumentation geschaut, anscheinend ist die, die lohnt sich wirklich, also das ist wirklich, und dann musst du dir vorstellen, mit 16 bist du einfach irgendwie, so, bam, geht die Vollpost ab, dann musst du aber auch überlegen, dass du dann noch 50 Jahre musst, nachher, und das finde ich das Härteste, also weisst du, wenn du dir überlegst, jetzt habe ich den super Erfolg, mit 25, oder auch Fussballer, oder irgendwie so, du schaffst deine Haie, die hohe Zeit, die beste Zeit, die ist mir anfangs 20, das ist schon eine hohe Art, da bist du 40 Jahre nachher, und du weisst, dass es wird sehr schwierig. und, du checkst gar nicht, was das überhaupt heisst, sozusagen, und, und gut geniessen, ist dann eh noch schwierig, geniessen ist sehr schwierig, das kommt dann auch mit der Zeit, so irgendwie, aber, du gehst ja dann, ich merke das im Kleinen, und so jetzt nicht auf, ich sage jetzt ja, erfolggemässen in Ticketverkäufe, oder so, aber schon nur, habe ich kürzlich von irgendjemandem da gesagt, die Mixed Shows, wo irgendwie so, weisst du, Elsie, Büssi ist mal dabei gewesen, Karl Bendrit noch, und so weiter, und so fort, Kiko, dass einfach wir alle so konstant touren, mit Mixed Shows, das ist wie normal gewesen, weisst du, du hast es gar nicht hinterfragt, du hast einfach so gefunden, ja geil, und dann sind wir irgendwie da im Kaufmahl, irgendwie 400 Leute, und dann sind wir da in Bernhard, weisst du so, und dann auf einmal ist es nicht mehr, und das ist etwas Kleines, gesehen jetzt, im Verhältnis zum ganzen Rest, was passiert ist, aber dort habe ich dann so wie gemerkt, aha, du musst wirklich einfach, bei allem, musst du davon ausgehen, dass es nicht immer so ist, und dass wenn es so ist, dass es eben wirklich ein Genies ist, ja, und das ist auch etwas, wo ich mittlerweile besser kann, als auch schon, also jetzt geniessen sind, in dem Sinne wirklich, also einfach, dass ich wirklich sage, vielleicht ist es auch eine Alterserscheinung, aber dass ich es jetzt wirklich auch mehr geniessen kann, als auch schon, ich habe natürlich lange immer auch das Gefühl gehabt, uh, 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 jetzt kommt es dann, oh, weisst du, so die Angst vom Danach, aha, so, und das ist, das ist noch schwierig gewesen, aber das ist noch viel bei mir so, dass ich im Moment, wenn ich kann geniessen, vielleicht eher im Nachhinein, auch Ferien, habe ich lange nicht können, im Moment geniessen, ja, komisch, so irgendwie, ich bin immer schon zu weit voraus gewesen, und denke, oh nein, wenn ich heimkomme, muss ich das und das wieder machen, weisst du, und eigentlich, jetzt schaffe ich es besser, jetzt schaffe ich besser, meine Zeiten so, und habe jetzt auch viel Druck nicht mehr, wo ich natürlich gehabt habe, über viele Jahre, effektiv, also in viel Druck, weisst du was, wo du dir gemacht hast, ja, wo ich mir gemacht habe, und auch die Akzeptanz, das ist ja bei uns, in der, scheiss, Comedy, weisst du, wir sind etwas, wir machen etwas, wo, wo die Leute immer das Gefühl haben, sie können das auch, und je einfacher, je besser wir es machen, desto einfacher sieht es aus, desto mehr haben die Leute das Gefühl, äh, der steht jetzt ein bisschen auf der Bühne und erzählt jetzt ein bisschen Geschichten, das ist ja, weisst du, es geht keine Kunst, und das ist etwas, wo die Akzeptanz auch von den Leuten, ich spüre eigentlich erst in den letzten Jahren, wo sich halt die Leute ein bisschen verändern, mir gegenüber, wo dann plötzlich so, wo ja für mich überraschend ist, dass sie so ernst genommen werden, ja, weisst du, das ist für mich gar nicht ungewohnt, ich war immer der kleine Bündner, der Zucko, weisst du, und jeder kennt den Zucko, und äh, Zucko, blau, und zumal werden es Leute, die mich ernst nehmen, auch andere Leute, wo ich denke, ich habe das gar nicht erwartet, dass du mich ernst nimmst, und das ist erst so in den letzten Jahren, also jetzt sicher schon länger, als was ich jetzt sage, aber so, das ist lang, das ist ein komisches, ein komisches Erwachen, wenn du plötzlich ernst genommen wirst, ja, und auch Respekt kriegst du es, wo du in den langen müssen, um Respekt kämpfen. Ich habe es im Kleinen, habe ich es gespürt, wo die Divertimento-Docu rausgekommen ist, ja, dort sind nachher ein paar Leute zu mir gekommen, und haben dann gesagt, so quasi, zum ersten Mal checke ich, dass auch noch Arbeit dahinter ist, und auch noch viel, und dass man nicht immer sofort findet, das ist das Geilste, und locker, locker, so, dass einfach mal so ein bisschen Blick dahinter, und Bienen sowieso, Bienen ist natürlich noch doppelt so mühsam, weil sie das Zweite sind, sie wollen sich von Null auf, machen sie etwas, ja, weisst, wir nehmen ja einfach da ein bisschen, oh, schau mal, das ist noch lustig, hast du auch schon, kennen sie das, wenn sie eine Tasse Kaffee nehmen, und dann lernt es alles über die Hose, und alles, äh, das kennen wir, Bienen ist wirklich, wir spielen einen Sketch, und der Sketch existiert, so noch nicht, und den musst du von Null, und den musst du dann an das Stichwort geben, und wir kümmern dann an, boah, das ist, boah, Horror, ich wäre für so Sachen wahnsinnig schlecht, eigentlich, also, ich bin Gott der Frau, bin ich allein, das sage ich auch immer wieder, auch beim Nachteil, dass du natürlich immer allein bist, ja, aber das Zweite, ist schon sehr rasch, das sicher, aber eben, ich meine schon nur, dass das ernst genommen werden ist, ist irgendwas anderes, aber ja, irgendwann, habe ich jetzt ein bisschen Schiff gespürt, von wegen, es ist nicht nur, ja, es ist nicht nur einfach ein bisschen, äh, du kannst ja gut schnurren, aber ich könnte auch jetzt erzählen, oh Mann, den könnte ich verlaufen, den wäre auch gut gekommen, ja, dann mach, dann mach. Und es ist ja, eben, es ist ja so stetig aufwärts gegangen, also, früher, bei mir, so gesehen, am Anfang, denkst du, bei allem, was du machst, denkst, das ist das, was jetzt den Blitz einschläht, wenn ich das gemacht habe, boah, nachher, oder, und dann merkst du, irgendwann, wenn es ist eigentlich, wirklich so, Backsteine, Backsteine, und dann ist das irgendwie, wenn ich mir vorstelle, eben alles, was gekommen ist, was man sich nie, im Traum, äh, gedacht hat, oder, dass ich, ich weiss, zum Beispiel, zum Ohrfestival, ein Rosen, ist ja, äh, wo ich, das ist losgegangen, glaube, etwa im, ich weiss, im 91, oder so, also, die haben dir, ein 30-jähriges Jubiläum, keine, 92, oder so, und ich mag mich erinnern, später bin ich dann, beim Radio, gewesen, und dann haben wir Berichter, über das Humorfestival, bei dem Bündner Radio, bei Radio Grieche, und dann ist immer ein Reporter, da oben gewesen, und dann ist ja dann, so, der Anfang von Massimo Rocky, ist ja dann, so, so, mit den 90er Jahren, ganz gross geworden, mit Aua, und so, und das ist für mich, so wahnsinnig weit weg, also, weisst du, die Vorstellung, dass ich irgendwann mal, da oben, in dem Zelt stehen, wo voll ist, und dass ich dort, auf der Bühne stehen, wenn das heute, wenn das, morgen gerade gekommen wäre, dann wäre das unglaublich gewesen, aber so ist es ja einfach, so schrittlich, und dann ist es auch halb spektakulär, denn irgendwann ist es einfach schön, wir haben das Zelt empfohlen, aber es ist nicht mehr so, ein wahnsinniger Ding, wow, also, sonst kannst du ja wahrscheinlich auch nicht handeln, nein, das ist der grosse Vorteil, wenn es Schritt für Schritt geht, und das zeichnet ja dann auch, das Dranbleiben aus, und das halt, das Schaffen dran, und halt auch das Ziel haben, vielleicht irgendwann mal, so, aber es ist auch nicht so, weisst du, dass man, bei mir ist es auch nicht, die haben eigentlich wenig Pläne gehabt, also, für mich ist es einfach, im Moment wahnsinnig beruhigend, dass ich einfach weiss, die Leute haben Freude an dem, was ich habe, ich habe ein Publikum bekommen, ich habe die Säle wirklich, und da bin ich sehr, sehr dankbar dafür, voll, und das ist einfach eine wahnsinnige Beruhigung, also, es ist, und ich, ich glaube, es ist auch wirklich, der Fakt, dass Qualität, sich über eine bestimmte Zeit, einfach durchsetzt, das glaube ich eben auch, bei allem, eigentlich, also, das ist etwas, das ist, wegen der Echtdoku, das haben sie nicht genau auch gesagt, da sind ja da bei Charlotte Roach gewesen, dann im Gespräch irgendwie, und die haben ja wahnsinnig damit kämpfen, dass man sie gehasst hat, man hat echt, wirklich gehasst, also, weisst du, alle Musikliebhaber, haben gesagt, echt, da sind irgendwelche Schulbuben, die da Musik machen, und die haben im Nachhinein wirklich auch geile Songs gemacht, aber, gell, die hat man nicht ernst genommen, und, und dort hat der Kim Frank, dann in einem Ding mal gesagt, ich glaube, in dem Interview, und er hat gesagt, ja, aber am Schluss ist es die Musik, die sich durchsetzt, so quasi, und das ist es, also, am Schluss kannst du tausendmal, und ich habe lange unter dem gelitten, also, wirklich effektiv auch gelitten darunter, dass, es sind immer wieder Leute gekommen, wo, 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 wo du hast, überholen lassen, und das kennst du auch, oder, plötzlich ist irgendeiner, wo, ein paar Videos macht, und dann plötzlich hat er die Hütte voll, und wir kämpfen, seit Jahren, um Publikum, und da kommen so schnell starten, schnell links, es kommt einer vorbei, rechts kommt einer vorbei, und das lange, wahnsinnig mühsam gefunden. Aber es ist ja, es ist am Schluss, es ist ja kein Zeitdrainer, weißt, es ist ja dann, Nein, aber es ist im Moment, es ist schon sehr, im Moment ist es schon sehr deprimierend, eigentlich, wenn du siehst, dass du eigentlich schon so lange dran bist, und du musst beweisen, und immer wieder beweisen, beweisen, und dann hat es einfach Leute, wo, äh, plötzlich da sind, weil irgendeiner findet, hey, weisst du, der macht nur lustige Videos, pam, 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 sind alle da, und, und überholend in dem Sinn, haben die Hütte voll, und das ist deprimierend, aber die gehen dann auch schnell wieder, die meisten. Das ist so, und es ist, es ist wirklich, ich sehe immer die Kurve, es ist entweder, es ist so, oder, oder es ist halt so, so ein Bogen in die, ja, und das ist ja schöner, wenn es bleibt, also wenn du wirklich, siehst, dass es über all die Jahre stetig aufwärts gegangen ist, mit auch natürlichen Rückschlägen, aber grundsätzlich, am Schluss tut sich, und bei allem, also, sei das Restaurant, sei das, einfach, es wird sich Qualität zuerst nicht durchsetzen. Und ich habe, ich habe ja, äh, 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 Theorie, dass eben, ausezoomt, auf die ganze Zeit, äh, die Kniegeschichte dir geholfen hat, weil du die Qualität ja schon gehabt hast, dort ist irgendwie einfach der falsche Ort, äh, äh, falsche Umstände, wie man es auch immer will nennen, und dass dann eigentlich, was in den Jahren danach passiert ist, ist eigentlich der, der positive, psychologische, positive Effekt, dass Leute mit einer niederen Erwartung, die vielleicht noch immer gesehen haben, und denen, BOM! Ja, oh, das ist ja gut. Ja, und, das sehe ich ja jetzt, ich lebe ja nicht von den Leuten nur, die jetzt immer schon dabei gewesen sind, sondern ich habe jetzt ein Haufen neues Publikum, und zuerst ein Haufen auch von denen, die das so schlimm gefunden haben, auch noch dazu, und zuerst über Jahre hin, jetzt müssen überzeugt werden, dass sie, Aber das passiert ja dann eben. Ja, aber ich habe, also für mich ist jetzt im Nachhinein, auch mit Distanz, das ist ja zehn Jahre her, und noch immer ist es lustigerweise ein Thema, auch bei Publikumsleuten, weiss, die sagen, ja, ich habe früher, das heisst ja, aber hey, hast du wirklich nichts anderes gemacht, als die letzten zehn Jahre, dir das in Erinnerung gehalten, also es gibt ja viele so Sachen, wo du erst, wenn du wieder einmal denkst, ach ja stimmt, das ist ja auch noch gewesen, ja, aber es hat Leute, die das immer noch präsent haben, und, äh, es ist aber brutal gewesen, es ist ja, das ist die härteste Zeit, für mich ist es einfach, für mich ist es einfach, für mich ist es einfach, glaube ich, von dem her, der einzige positive Weg, die haben keine Susssachen, wo ich muss sagen, das hat mir wahnsinnig viel, also zwei Sachen, das eine ist wirklich, dorthin zu stehen, auch wenn du, wirklich mit so dermassen negativen Energien konfrontiert, wirst du von Sachen Publikum, weil ja jeder dort hinein ist und gesagt, ja, ist ja schlecht, habe ich gelesen, und das zweite, mit dem umzugehen, also von dem Weg, hat mich nichts mehr erschüttern, jede Gala, wo du das Gefühl hast, und das zweite ist vielleicht wirklich, dass es den Bruch, ganz aber nochmal gebraucht hat, um mir nochmal, die Bequemlichkeit zu nehmen, eigentlich dann, ja, wenn ich vor zehn Jahren, glaube ich, einfach so ein bisschen weitergemacht hätte, ich glaube, das hätte mir geholfen, dann zum nochmal auf die Hinterbahn zu gehen, und zum nochmal endlich, die Akzeptanz zu kriegen, und den Kampf eigentlich, nochmal aufzunehmen, den Kampf um das Publikum, dass ich am Schluss, habe ich sagen, ja, es hat sich gelohnt, aber eigentlich, ist die Episode, wäre nicht wirklich nötig, also ich wünsche sie niemandem, also wenn du das Gefühl hast, ich brauche jetzt etwas, was mich wirklich fertig macht, dann nachher gibt es andere Wege. Das gibt es sicher, aber ich glaube, eben, ob es jetzt halt gesehen ist, oder nicht, schlussendlich, was für mich Comedians ausmacht, ist, dass sie, egal was passiert, und das ist jetzt nicht mal auf die bezogen, sondern grundsätzlich, dass sie nicht aufhören, sie werden nicht anders, sie können nicht anders, und eben dann auch die Qualität, es ist immer Material auch, also da haben wir, das ist ja dann auch die positive Seite, dass wir immer Material haben, du kannst das immer, alles, was wir erleben, kannst du brauchen, auf der Bühne, oder, wenn du Musiker bist, auch, also du kannst das zu einem Song verarbeiten, oder zu Comedy-Programmen, und bei mir ist es natürlich einfach auch existenziell, also das ist natürlich etwas, wo ich mir, ich hätte immer gar nicht können, ich sage immer, ich bin ja schon Plan B, also ich habe ja nicht noch einen Plan C, also, eigentlich ist mein Plan A ja schon ein anderer gewesen, sehr wahrscheinlich, als, weil die Comedy ist ja schon der Plan B, also weisst du, ich bin ja eigentlich schon in dem Ding drin, wo ich muss sagen, das ist das, was ich mache, wenn ich jetzt einen Plan C brauche, ich wüsste im Fall nicht gerade unbedingt, was ich sollte machen. Ja. Also habe ich müssen weitermachen, einfach nur schon rein von dem her. Ja, und völlig egal, ob es jetzt Plan A, B oder C ist, es ist eben etwas, wo man findet, das mache ich jetzt einfach. Ja, und es ist auch geil, also wir dürfen einfach nicht vergessen, und das geht halt bei uns, am Schluss ist es dann auch ein Job, den wir machen, also weisst, du weisst dann auch irgendwie, okay, im 5. muss ich jetzt dort sein für den Soundcheck, am 6. gibt es das Nachtessen, und dann mache ich, komme ich rein und erzähle das, was ich gestern auch schon erzählt habe, und vorgestern auch, wenn man es so anschauen würde. Im Nachhinein musst du einfach immer sagen, erstens gibt es Leute, wo dir, also das Publikum hat sich einen Abend frei genommen für dich, das ist aber schon, das ist ein verdammter Aufwand. sagt, das ist ja auch ein Programm, wie aufwendig das ist. und die wichtige Zeit, ja. Hey, und rausgehen nochmal, ich weiss ja selber, was das für eine Überwindung kostet, zum heute nach dem Arbeiten noch nach Hause gehen, und sagen, ah scheisse, ich bin spät dran, jetzt ist um 5 Uhr, ich will nach Hause, jetzt bin ich spät dran, wir müssen heute Abend noch an die Vorstellung, dann musst du noch duschen, musst dich umziehen, viele machen sich noch schön, kaufen ein Billet, und freuen sich, und dass du dann eigentlich einen Abend bieten von 2 Stunden, und sie haben im besten Fall sehr viel lachen können, was eigentlich das Ziel muss sein, das ist eigentlich schon schön. Das ist super geil, und ich habe es letzte Woche gedacht, als quasi der Wintereinbruch war, und einfach Schnee überall, und was weiß ich, da habe ich dann auch am einen Abend gesagt, also wenn ich nicht Solo habe, war ich heute nie im Leben aus dem Haus, sage ich auch immer, und dass jetzt Menschen aus dem Haus sind, für das, und ein paar hat es vielleicht auch, wo es angeschissen hat, so ein bisschen angeschissen, in dem Moment, und hoffentlich sagen sie nachher, aber es ist jetzt gleich geil gewesen. Nein, und das dürfen wir, weisst du, die Leute zum Lachen bringen, als grosses Überdach, über allem, man muss einfach sagen, es ist eine Gabe, wenn du das kannst, und es ist etwas, was wir einfach nicht dafür unterschätzen, dass wir eigentlich, gerade jetzt in der jetzigen Zeit, einfach ein Wohduren auch verantwortlich sind, glaube ich, und auch unsere Art von Comedy, also das ist ja das, wo ich immer sage, ich habe ja nicht eine anspruchsvolle Art von Comedy, wo ich muss sagen, hey, ich bin im Fall, hey, und ich erzähle euch jetzt, wie die Welt funktioniert, und weiss nicht was, ich bin nicht politisch, ich bin nicht, und die Art von Comedy, den Leuten eine Ablenkung zu bringen, nicht nochmal das Gleiche erzählen, wie du den ganzen Tag schon in der Nachricht gehörst, das ist etwas, was einfach wahnsinnig wichtig ist, behaupte ich im Moment. Ja, der Eskapismus. Ja, wo man einfach sagt, hey, zwei Stunden weg vom Zeug, und heimgehen, und auch mal sich bewusst werden, das gibt es schon noch anderes, auch im Leben. Und das ist, da müssen wir extrem dankbar sein, wenn es funktioniert, und wenn die Leute freut werden. Und für mich hat es noch einen anderen positiven Effekt, dass ich wirklich für mich das Gefühl habe, ich mache in irgendeiner Art und Weise kognitive Therapie. Seit ich Stand-up mache, kann ich besser meine Gedanken sortieren, weil ich es effektiv mache. Ich mache das. Das ist effektiv, du schreibst Gedanken auf, du schaust dich später wieder an. Ja, das stimmt. Und darum ist es für mich, ist es auch meine eigene Lebensschule. Ja. Also weisst du, ich habe nicht das Gefühl, ich mache das nur für irgendeine Zustimmung. Nein, es ist natürlich eine Therapieform auch für uns. Also für mich ist das alles viel Therapie. Ja. Den Leuten auch auf der Bühne zu erzählen, wie ich nie bin. Ja. Also weisst du, ich meine, das haben andere nicht die Möglichkeit, haben viele Leute ja nicht, um das in Wort zu fassen, was du, wie du bist eigentlich. Also wenn ich auf der Bühne sage, dass ich im Fall ein riesen Problem habe mit dem und dem, dann ist das für mich eine Therapieform. Andere zahlen gerne dafür. Ja. Um mit jemandem zu reden, was du für Probleme hast. Also das ist viel Verarbeitung. Was viel anbringt, finde ich, um so die Gedanken auf den Punkt zu bringen, oder wie mir auch viel gebracht hat, ist ja immer wieder eine Anfrage für eine Kolumne oder so. Ja. Und das bringt wahnsinnig viel. Amix, wenn du so, musst du regelmässig eine Kolumne schreiben, dann musst du irgendwie auf, weiss ich auch nicht, auf 2000 Zeichen, musst du einen Anfang und einen Schluss haben. Und das bringt amix für die Comedy auch sehr viel zum Nummern draus machen. Ja. Und das ist, ja, es ist wirklich so. Ich meine, andere haben die Möglichkeit in dem Sinn nicht. Und das merkst du ja auch viel, dass viele Leute nicht so wahnsinnig über sich selber reden können oder überhaupt erzählen etwas. Und das hat mir natürlich schon einen grossen Vorteil. Und was ich bei dir festgestellt habe, weil ich eben schon recht früh deine Sachen gesehen habe, bis heute, und das finde ich immer die positivste Entwicklung, die es kann geben in der Comedy, ich habe das Gefühl, du bist immer wie mehr dich selber auf der Bühne. Und das ist, es klingt immer so einfach. Man hat immer so das Gefühl, eben auch wenn man anfängt, dann haben wir gesagt, ja, ich gehe jetzt auf die Bühne und ich bin ich, oder? Aber es ist so ein langer Prozess, der auch dort muss passieren, dass man nicht mehr so eine Version von sich selber ist, sondern irgendwie, natürlich ist man eine Bühnefigur, und natürlich hat man eine Art und Weise, wie man, du redest anders auf der Bühne, als jetzt da, aber was effektiv, das klingt so blöd, aber die Essenz von einem ist, die ist immer stärker spürbar. Und im Moment sowieso, also im neuen Programm, bin ich wirklich, ich reg mich gerne auf, und das mache ich wirklich, das hat mir letztens auch, irgendwann am letzten Samstag, hat man am Veranstalter gesagt, du bist wirklich ein bisschen hässig, und dann habe ich gesagt, ja, ich bin im Fall ein bisschen hässig, und zwar, also, das merkt man, also weisst, das hat aber auch damit zu tun, dass man natürlich lange, ich glaube, mittlerweile habe ich dann auch, so etwa die Möglichkeit, zum können ehrlich sein, also, ich habe es immer versucht, zum ehrlich sein, aber mittlerweile hat es auch, ein altes, auch eine altersbedingte Entwicklung ist, dass ich einfach zu lange, ein vieles Leben sich gewesen bin, in meinem Leben, was auch viel Vorteil gehabt hat, natürlich, ich bin nie der gewesen, ich sage, wenn mir etwas nicht passt, im Gegenteil, ich habe es nie gesagt, ja, aber jetzt, jetzt hat es komplett gekippt, jetzt bin ich wirklich, jetzt werde ich sofort hässig, wenn jemand unfreundlich ist, also werde ich, klopp, bereit, ich bin so, eine kurze Zündschnur, jetzt kommt alles zurück, ein alter, hässiger Mann, wirklich so, weisst du, ich sage mittlerweile, bei Leuten, die mich unfreundlich bedienen, oder so, sage ich ja, weisst du, so wirklich, ich bin, und dann wird es so, heiss, hinwendig, und dann komme ich so, fast so, und das ist, ich weiss nicht, ob das gut ist, aber ich glaube, jetzt bin ich bei mir, dann ehrlich, vielleicht bin ich wirklich, mein wahren Charakter zeigt sich langsam, aber es hat, es hat mir, wir sind einmal, gerade zu Mittagessen, und dort hat mir, irgendwie, auch wieder, so ein bisschen, das in Erinnerung gerufen, ähm, wo wir irgendwie, ich weiss nicht mal mehr, über was wir genau geredet haben, aber wir haben uns beide, bis aufgeregt, und dann nachher, hast du gesagt, und weisst, wir haben, wir haben einfach die Bühne, wir können einfach alles, wir können, wir können es verarbeiten, ja, wir können es oft auf die Bühne bringen, da habe ich so gedacht, ah, das stimmt eigentlich, es hat, obwohl ich sehr, sehr stolz bin auf die Programme, habe ich so mit viel gut Comedian, habe ich wirklich so, sehr aktives Ziel gehabt, irgendwie, eben nichts, an Wut auf die Bühne zu bringen, so, und, und, ich hatte dann, wie das Gefühl gehabt, dass es mir privat, dort, ein bisschen weniger gut gegangen ist, als auch schon, weil ich eben wie gemerkt habe, ich habe gewisse Sachen, nicht verarbeiten, wo ich sonst verarbeitet habe, weil ich von mir, das ist jetzt nicht für das Programm, dann tust du das irgendwie nicht, ja, tust du das nicht fertig denken, weisst, dann hast du irgendwie, da der Gedanke, und du schaust ihn mal an, und dann schmeisst du ihn wieder weg, aber die kannst du immer noch, nie ganz fortwürfen, nein, natürlich nicht, aber, aber in dem Programm, dann ist es nicht, oder, ja, das ist ja das eigentlich, wenn so, das ist ja etwas vom Schwierigsten, ist ja eigentlich ein bisschen, den Ober, den Programmtitel, und das Oberding zu machen, um was geht es, bei uns kannst du das ja nicht sagen, also, wenn jemand fragt, du kannst, du musst irgendeinen catchy Titel nehmen, wo die Leute vielleicht gerade so einen Eindruck kriegen, und, aber gleich, dort drin, ich meine, das sind zwei Stunden, wo dann so viel Material dort drin ist, das ist schwierig zu beschreiben, aber eben viel gut, das ist dann halt, du tust dich selber, du tust dich selber, unter Druck setzen, indem du, ich habe eingeschränkt, natürlich, ja, also, das kannst du natürlich auch brechen, sofern, ich wüsste gerade wie, indem du einfach, am Anfang, und dann immer schlimmer, und so, und sagen, hey, eigentlich, also, weisst du, du bist ja so auf, aber ich habe das auch, so den Druck, den du selber machst, mit irgendeinem, so einen Scheisst-Titel, wo irgendwie, zuerst das Gefühl hast, wow, geil, das ist mein Titel vom Programm, und dann merkst du irgendwie, oh Scheiss, ich tue mir so viele, Korsett da auf, aber, aber, den Titel finde ich mittlerweile, kreativ gesehen, für das Programm, finde ich mittlerweile, recht unwichtig, eigentlich schon, aber, gleich, ist dann, dann heisst es irgendwie, ja, wir sollten ein Programm beschreiben, schon zwei Jahre vorher, wir sollten irgendwie, ein Zwischwöl, sollten wir irgendwie machen, das stresst mir so, ungemein, das verstand ich, und dort habe ich, dort habe ich gemerkt, das Problem ist, sie sagen, keine Ahnung, Pressetext, irgendwie 700 Zeichen, oder so, ja, und am Schluss, werden eh nur, die ersten zwei Sätze abgedruckt, ja, oder also, und am Anfang, habe ich immer so, selbstironische, Pressetexte gehabt, und dann hast du halt, weisst du, ohne die Auflässung, das ist einfach so, er ist einer der Lustigsten, er kann nicht tanzen, ja, genau, ja, genau, und was ohne den kommt, steht gar nicht, und jeder, der es liest, denkt, ey, der kann ja nicht, der kann ja nicht, und da habe ich gemerkt, das muss man jetzt einfach weglassen, das heisst, im ersten Satz, man schafft etwas haben, wo irgendwie, das ist noch gut, weisst du? Ja, und du musst, vor allem musst du, die einfach verkaufen, und das ist mir auch lange, schwergefallen, das ist doch schwierig, gell, und ich habe jetzt auch gemerkt, jetzt habe ich zum Beispiel, ein Erlebnis gehabt, wir haben ja dann, gerade das neue, Aufregerprogramm, ganz am Anfang, einmal beim Try Out, gefilmt, und jetzt haben wir so, kleine Schnipseln, jetzt rausgenommen, und ich schäme mich, das Ganze, weil ich denke dann immer, ah nein, ich habe wahnsinnige Hemmungen, zum das Posten, und dann, habe ich dann, meine Managerin, ich habe sie dann, dann postet, auf ihrer Seite, und so, und dann hat sie mir letztens mal gesagt, wie vielmal das geschaut wird, auf ihrer Ding, wo sie hat, nicht Millionen von Followers, aber gleich, das sind im Fall, x-zehntausend Mal, wo das geschaut wird, und jetzt habe ich, einfach einmal am Wochenende, habe ich gefunden, scheisse drauf, jetzt tue ich zwei von diesen, kleinen Schnipseln auf TikTok, ich bin ja wirklich kein TikToker, und ich bin ja viel zu arg, Ja, ich habe gesehen, auf einmal, bist du auf TikTok gesehen, und plötzlich, wenn jetzt gesehen, dass die 30.000 Mal, seit dem Sonntag, schaut, jemand 30 Sekunden Zuccolini, dann habe ich gesagt, ja, eigentlich schon krass, ja, dass das irgendwie, so vielmal geschaut wird, von Leuten, wo, ja, und unten auch noch, noch Tränen smile, so, hu hu, denkst du, eigentlich ist man blöd, wenn man es nicht macht, aber dort bin ich einfach, eine andere Generation, oder ich bin so hemmig, aber ich habe die Hemmungen, immer noch, also weisst du, den Sommer, habe ich wieder, alles mögliche, auseinandergeschnipselt, und wenn du in dem Moment bist, denkst du so, super, jetzt habe ich so und so viele Videos, habe ich jetzt auseinandergeschnipselt, und wenn es dann darum geht, sie zu posten, dann kommt auf einmal, der Regisseur, und dann bist du so, hmm, aber es, ah, ich finde, weisst du, das jetzt gerade finde ich besser, und, und so, und, und dann habe ich mich, mich zurückerinnern, an den Typ, wo das eben gerade in dem Moment geschnitten hat, wo gefunden hat, hey, wenn der 30 aus dem Ball ist, und eins funktioniert, dann hast du das Ziel erreicht, aber du musst dann halt die Überwindung haben, ja, ich habe das auch, die 29 anderen, ich habe so Mühe mit dem, zu mir selber, aber eben die ganze Promo, und das Verkaufen, wegen dem, wegen dem Pressetext, und so, du musst den Leuten eben das Gefühl geben, dass du gut bist, ja, und das ist etwas, wo sehr viel, wenn das nicht der Typ ist, andere können das auch nicht umzuschauen, aber, ich habe dann irgendwann einmal angefangen, zu schreiben, über 100 Vorstellungen, ausverkauft, 30'000, 50'000 Leute zusammengerechnet, irgendwann vielleicht schon mal, aber, das ist im Falle so, das ist etwas, wo die Leute im Fall lesen, und denken, krass, der hat über 100 Vorstellungen, was ja stimmt, aber ob es dann 50'000 Leute gewesen sind, es müssten schon gerade sehr viele immer gewesen sein, aber das ist im Falle etwas, wo ich Druck mache, und das geht mir ja auch so, also, wenn ich etwas lesse, und da musst du immer für dich selber, wie reagierst du darauf, wenn du das Filmchen siehst, ich sehe deine Filmchen auch, und ich schaue dich auch, jedes Mal, und dann denke ich, null, Gefühl von, weisst du so, und da hast du selber auch immer so, das Gefühl, die Leute schauen das, und denken, äh, dabei schauen sie gar nicht, die schauen das durch, du bist irgendwo auf dem WC, hockst, und bist im Durch, und dann denkst du, ach, schau, da ist er, und du hast eine solche Präsenz, und das muss man sich, ich glaube, irgendwann ablecken. Ja, es ist einfach, es ist schwierig, und ich glaube, es ist, es ist eine positive Eigenschaft, dass man das hat. Ja, sich hinterfragen, ja, und andere, ich meine, wenn du schaust, was, 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 was da, gerade auf TikTok, oder Instagram, und all die Reels, wo du anschaust, denkst du, ich meine, die haben ja null Hinterfragen, die meisten. Ja, und dann denkst du, aber das Produkt dahinter, muss ja auch noch stimmen. Ja, aber dann kommt wieder, dann kommt das Publikum, was natürlich zum Teil einfach auch anspruchslos ist. Weisst du, wo dann einfach irgendwie das konsumiert. Ja, und dann ist ja auch gut, weil, weil die würden ja etwas anderes nicht schauen gehen, weisst du, wie ich meine? ja. Also, das verteilt sich ja dann irgendwie trotzdem organisch. Ja, nein, auf jeden Fall. Und vielleicht schaffst du es dann irgendwie, aus der einen Community ein paar zu generieren, die dann zu dir wechseln und so. Ja, und gleich, ich habe auch eine Show, da hat der Frank Support gemacht, da hat sogar die Gruppe Leute gefragt, wegen welchem TikTok-Video sind ihr jetzt da? Und da hast du gemerkt, die haben halt einfach, die haben noch nie eine Live-Comedy-Show gesehen, und sie sind wirklich ein bisschen überfordert gesehen mit dieser Situation. Ja, weil es geht länger als 30 Sekunden. Ja, und sie haben wirklich gesehen, ah, was, das ist jetzt aber eine lange Geschichte. Ja, ich weiss auch nicht, was sich die vorstellen. Gut, dort habe ich den Vorteil, wenn wir jetzt zurückgehen auf die 2004, die 20 Jahre, ich glaube, ich habe dort ein gutes Alter, kann es mal loslassen. Dort bin ich ja anfangs 30er gewesen und dann hast du eigentlich das Publikum von dieser Zeit. Die sind jetzt mit mir an, mit den 50, vielleicht sind die 61, 60, 65, aber ich bin nicht, ich habe nicht loslassen mit einem, sagen wir mal, einem Kleinkunstpublikum, wo irgendwie schon 30 Jahre älter war als ich und haben müssen noch von unten her niemand generieren können, dass die dann irgendwann mehr mal wegsterben, sondern dass die eigentlich den Weg mit mir die meisten gemacht haben. Ja. Und jetzt hoffentlich auch noch die nächsten 10, 15 Jahre mit mir dabei sind und dann sind wir alle alt und dann können wir alle aufhören. Das ist eigentlich noch schön. richtig alt. Hast du aber kein Enddatum in deinem Kopf? Nein, nein. Nein, ich weiss es. Ich habe so kein Plan kann mein ganzes Leben eigentlich. Ja, effektiv. Wer hätte gedacht, vor 40, 50 Jahren irgendwo im Kanton Grabünde, in Domlesch, wo ich aufgewachsen bin, dass das irgendwie einmal, also das ist so weit weg. Dort hast du ja wirklich nichts anderes, ich bin Gabriel-Rot-Stift, Otto, all die Figuren, aber ich habe nicht einmal daran herumgestudiert, um irgendwie zu sagen, hey, das ist mein Ziel. Nie. Und jetzt bin ich es. Und jetzt habe ich genauso kein Ziel, wie jetzt mal sollte ich weitergehen. Das musst du ja nicht. Nein, es ist auch bei uns, ich meine, was soll ich planen? Also es ist jetzt so schön, wie es ist im Moment und ich hoffe, dass ich noch so, das ist ja noch das Schöne in der Schweiz, oder? Die lange Aufbauarbeit führt dann irgendwann dazu einmal, dass die Leute ab die akzeptiert haben. Wir sind ja nicht das Land von Hypes in dem Sinn, ich muss schnell, Entschuldigung, wir sind ja nicht, wir sind ja nicht ein Land von Hypes, wo dann, also sicher gibt es das, aber grundsätzlich sind die Leute immer ein bisschen skeptisch. Ja. Warten wir mal, wir müssen jetzt mal, wir geben jetzt mal zehn Jahre Zeit. Und dann, aber wenn es das geschafft hat, den Ding zu machen, das die Leute akzeptiert haben, dann hast du sie, glaube ich, dann auch für eine Weile. Ja, mir hat das mal jemand gesagt, zwar in einem anderen Bereich, aber hat man gesagt, Karriere in irgendeiner Art und Weise ist oft zehn Jahre Aufbau, zehn Jahre effektiv, nicht peaken, aber effektiv vom Aufbau profitieren und wirklich durchstarten. Und alles danach ist quasi Lorbeeren. Ja, das ist schon so. Das glaube ich auch. Dass wir wirklich so zehn Jahre kämpfen und irgendwann die Akzeptanz kriegen und dann, ja, und dann irgendwann kommen die Leute und sie bleiben dann auch noch, also weisst, ich meine, ich glaube jetzt nicht, oder ich hoffe zumindest nicht, dass ich dann mal so schlecht werde sein, weisst du, dass es komplett anders ist. Ich meine, ich glaube, ich bin immer mich gewesen und werde auch immer mich bleiben. Und vielleicht gibt es dann wieder mal ein Programm, wo ich vielleicht finde, ja, das ist jetzt, das andere ist auch besser, das ist ja die Urangst, die man hat, oder? Das ist meine schlimmste Angst und ich habe es noch nie so fest gehabt, wie vor dem Programm, dass die Leute heimgehen und sagen, ja, ist okay, aber das Letzte ist besser gewesen. Ja, aber die Angst, lustig weiss, die Angst wird ja, wird ja grösser, obwohl man ja eigentlich besser wird. Ja, aber das ist natürlich, genau das ist das Problem, oder, dass man, ja, die Angst ist grösser, aber zum Glück gibt es die Angst. Ja. Weil wenn die nicht hätte, du würdest sagen, komm, jetzt habe ich das Programm, was soll ich jetzt machen, jetzt kann ich ja nichts mehr falsch machen, jetzt mache ich es irgendwie, also, aber die haben nicht alle, ich glaube, die Grundangst haben nicht alle, so, wenn ich das Gefühl habe. Ich habe sie auch fest. Ja, nein, das ist auch richtig im Fall und das ist das Beste. Aber es ist immer noch, kürzlich hat jemand auf YouTube geschrieben, ich soll kein Impostensyndrom haben, weil ich über das geredet habe, aber ich habe das immer noch, ich habe immer noch das Gefühl, so an einem Tag finden es alle raus. Weißt du, wie ich meine? Ah ja, gut, das haben wir alle, das haben wir alle. Das ist übrigens, das Impostensyndrom, das ist jetzt gerade auch noch, wo ich mir in einem Artikel gestanden, über Frauen, glaube ich. Irgendwo ist in der Zeitung jetzt gerade etwas gewesen, wo es genau auch um das gegangen ist, dass es bei den, ich weiss nicht mehr. Auf jeden Fall, ja, das habe ich extrem natürlich auch. Also weißt du, das ist dann schon jemandemal so, und es braucht ja wenig, dass du dann tiefer unsichert bist. Ja, ja. Es muss nur einer kommen und sagen, sie irgendwie einen dummen Spruch machen, der denkt, fuck, der hat es gemerkt. Ja, er weiss es. Er weiss es ja, ich habe Geld für alles verdient. Bitte. Aber das habe ich jetzt schon nur gehabt mit einem wirklich ganz, ganz alten Schulfreund, den ich jetzt aber wirklich schon lange nicht mehr gesehen habe. Und wir haben so in Teenager-Zeiten, nicht einmal so angefangen, weißt du, so elf, zwölf sind wir gesehen, haben wir die ganze Zeit in der Schule, wenn es um irgendetwas gegangen ist, zu performen, haben wir so ein Sketch gemacht. Er ist grosser Schmirinski-Fan gewesen und ich irgendwie, eben Otto habe ich toll gefunden und keine Ahnung, und Mr. Bean und so. Und das ist dann wirklich so ein bisschen Ding geworden, dass wir halt immer noch eine Vorführung machen. Es ist meistens jetzt nicht gerade im pädagogischen Sinn gesehen, was eigentlich die Aufgabe gesehen war. Ja, wir lösen den Konflikt in einem Zweiergespräch. Sondern wir haben dann einfach ein Sketch gemacht, oder? Dass dann die Lehrerin auch irgendwann gesagt hat, euch zwei sparen wir zum Schluss auf, weil sonst bringt ihr nichts zu den Rest. Ja, es hat nichts zum Thema, ja. Genau. Und der Charlie ist an einer Hochzeit gesehen, wo der auch gesehen ist. Und dann hat er schickt mir der Charlie ein Foto und sagt, schau mal da und bla bla. Und den haben wir kurz auf Instagram geschrieben. Und er ist in meinem Kopf immer noch der Lustiger. Ja. Weisst du? Ja. Ich habe immer das Gefühl gehabt, er ist der, der es eigentlich angezogen hat. Ja. Und er ist der Lustige gesehen. Und er schreibt mir dann auf Instagram, krass, dass du das wirklich gemacht hast, weil du dort schon immer gefunden hast, du willst das mal machen und so. Und das ist so verschiedene Wornahmungen, dass einfach, ich kann mich nicht mal mehr daran erinnern, dass ich dort das schon als Wunsch nicht mehr wüsste. Die Leute wissen immer mehr. Die Güssere da. Je bekannter du wirst, desto mehr wüssten die Leute über dir in der Schausstunde. Aber lustigerweise, von dieser Schule habe ich wirklich ein paar Leute gesehen in letzter Zeit. Und bei allen, alle Sachen, es ist wie klar gewesen, dass das passiert, weisst? Ja. Natürlich ist das Retrospektiv wahrscheinlich ein bisschen romantisiert und was weiss ich, aber es ist... Du erinnerst dir natürlich etwas besser daran und zum Teil ist es auch eine völlig komische Wahrnehmung oder Sachen, die dann überhaupt nicht mehr stimmen. Das kennst du ja auch, wo Leute kommen und sagen, hey, ich mag mich noch erinnern, was du in der dritten Klasse den Kopf in den Stuhl rein hast. Jetzt sagst du, aber hast du jetzt wirklich während 50 Jahren nichts anderes zu tun gehabt, als dir das noch präsent gehalten? Das ist wirklich so. Also, was... Und zum Teil ist es wirklich eine Sache, du fährst dich selber hinterfragen, denkst du, ist das wirklich passiert? Ich lasse es jetzt auf. Ja, ja, natürlich. Aber das ist ja, es geht ja mir auch so ein bisschen so. Aber weisst du noch, wo wir beim Hauswart einbrochen sind? Ja! Was? Ja, aber die erleben das und die erzählen, du weisst, die erzählen das allen. Die erzählen das allen, wo, hey, ja, ihn kenne ich gut, weisst du, in dem Fall, wow, und so. Und dann musst du ihnen glauben lassen und diese Sachen weiss ich einfach wirklich nicht mehr. Aber das geht ja mir auch so ein bisschen so. Du hast ja dann, lustigerweise, lernst du, kommen dir Sachen in den Sinn, wenn du plötzlich siehst, jetzt steht einer in der Öffentlichkeit, die du vor 30 Jahren kennengelernt hast. Ja. Irgendwo, ich habe zum Beispiel einen, ja, mit einem, den ich Militär gemacht habe, der ist heute Manager von irgendeiner grossen Firma und der ist mir plötzlich in den Sinn gekommen und zwar einfach, weil ich den Namen gelesen habe, ich habe nicht mehr gewusst, wer das ist und nicht mehr gewusst. Ah, das ist ja der Stiefel Schorsch, oder? Ja, weisst du, du bist zusammen, ja, du hast Stinkfüsse, hast du irgendwie, du bist so viel Zeit miteinander verbracht und dann ist mir irgendwie nicht einer gewesen, wo ich ganz eng gewesen bin, aber plötzlich kommt er den Sinn, weil du den Namen liessest und denkst, ja, ist doch mal etwas gewesen. Und so geht es halt den Leuten dann auch, wenn du eine gewisse Prominenz kriegst, dass sie sich plötzlich dann an Sachen erinnern, die sie vorher völlig vergessen hatten und zum Teil auch ein bisschen anders. Ja, und das muss man dann lassen. Das lässt man, Nein, da musst du lassen. Wie die Bühne-Geschichte. Ja, da musst du einfach lassen, weil, ja, was willst du jetzt noch diskutieren mit einem am Abend den Mölf irgendwo an einer Bar und sagen, nein, vielleicht, das stimmt nicht, was du jetzt da sagst. Sagst, ja, ja, ja. Ja, das ist ja ganz komisch, das stimmt gar nicht. Den kenne ich gut. Er ist ein guter Kollege von mir. Das ist auch schön, aber ich muss dir noch ein grosses Ausrechten von Beat. Von welchem Beat? Ja, er kennt dich gut. Ja, ja. Und so, ah, okay, gut. Ich habe schon eine Ex-Friendin die mit dir zusammen ist, sie meint. Sie hat gemeint, dass sie mit dir zusammen war. Ist doch auch schön. Da habe ich auch gefunden, okay, lassen wir es so, dann halt. Ich finde auch, wobei, es ist natürlich auch ein bisschen schade, je nachdem, denkst du, schade, sind wir nicht zusammen gewesen. Ah. Nein, es ist auf jeden Fall anders gelaufen. So, und dann denkst du, ah, okay, aber in dem Fall sind wir zusammen gewesen. Gut. Nein, es ist schon lustig, wie sich die Leute ein bisschen verändern und eben halt, ja, die Akzeptanz ist schon schön, wenn du akzeptiert wirst, finde ich. Ja, und eben auch ernst genommen. Ernst genommen, wenn ernst genommen ist, ja, wenn wirklich die Leute so, weisst du, und auch so ein bisschen so, ja, die sich dann so wirklich so, haben sie noch einen Wunsch, weisst du, und das ist für mich so völlig ungewohnt. Gut, ich habe kürzlich, ich habe kürzlich gehabt, Weihnachtshausen aufgetreten und dort ist, dort ist die Message gewesen, dass du das überhaupt noch machst. Ja, das ist aber ein bisschen deprimierend, finde ich, wenn die Leute das Gefühl haben, du bist erfolgreicher, als was du eigentlich bist, Ja, ich würde sagen, ja, so ziemlich alle, alle in der Kunde Aber die haben ein anderes Bild von dir, wo sie denken, hey, nein, der ist im Fall nur noch, der ist im Volkshaus mindestens, wenn nicht allen Stadion, dass der überhaupt noch zu uns kommt, sagst, weisst du, sie sind heute Abend da für dir. Aber ich habe auch immer das Gefühl, entweder meinten die Leute, man verdient drei Franken oder man verdient drei Millionen Franken. Ja, es gibt so wenig dazwischen, ja. Weil ein Kollege, ich will jetzt nicht outen sozusagen, der hat einen Auftritt noch immer gehabt, eher kleinen Ort, und dort ist jemand aus dem Publikum nachgegangen und gesagt, es hat mir eine Stunde, dass du überhaupt noch da spielst. Ja. Weisst du? Ja. Und dann haben sie es irgendwie von mir gehabt und dann so, ja, aber der hat ja eigenen Podcast. Also, der hat das in der Hallestadion, weisst du, in dem Stil, oder? Nein, die Leute haben schon ein bisschen eine andere Wahrnehmung, etwa einmal, vom Ding. Und das ist halt auch in unserer Schweiz natürlich das Problem, dass wir selbstverständlich alle schon, wenn wir in amerikanischen Verhältnissen würden leben, wären wir besser unterwegs, als was wir in der Schweiz eigentlich unterwegs sind, finanziell. Im Vergleich, oder? wenn du jetzt die Anzahl von den Leuten hochrechnisch auf Amerika, dann wären wir alle die Putzung gestellt. Mein Vater hat mal gesagt, wegen der Fernseesendung, wenn er die gleiche Fernseesendung in Deutschland hat, dann müsst ihr nie mehr schaffen. Jetzt haben sie mal Daten veröffentlicht, was Böhmermann und alle, was sie verdienen. Ja. So viel Geld. Aber es ist ja dann halt auch, vor allem, wenn du nur Deutschschweiz rechnisch, es ist ja dann einfach 20 Mal mehr Leute, oder? Und das kann sich dann halt wirklich auch aufskalieren. Nein, das ist, du, aber es hat auch Vorteile. Uns geht es ja gut. Absolut. Ich liebe es in der Schweiz. Ich finde auch, je länger, je mehr. Also wenn ich so ringsumschaufe, denke ich, ich bin ein froh. Bin ein froh. Da müssen wir Sorge haben. Absolut. Und wir müssen auch langsam aufhören. Aber was ich habe wollen sagen, es freut mich wirklich mega, wie es bei dir ist. Vielen Dank. Und das neue Programm muss ich noch schauen. Ja. Aber ich zweifle nicht daran, dass es mich auch hineinzieht. Also ja, du kennst es ja jetzt auch, wenn ich arbeite und ich denke, ich bin da nicht weit weg von, noch ausser ein bisschen hässiger. Das bin ich. Ich bin wirklich. Das finde ich immer lustig. Ich glaube, das ist auch der Konstanzo von Seinfeld, weisst du, wirklich einfach ein bisschen hässig. Der Konstanzo, Das war ja auch ab und zu dir. Ja, es ist auch so das. Es ist so, ich glaube, ich habe langsam meine Form gefunden. Früher habe ich immer gesagt, du bist der Seinfeld von der Schweiz. Nein, nein, es ist eher der Konstanzo. Und dann habe ich immer wieder mal auf das Seinfeld schauen, dann dachte ich, es ist mit der George Kostanzo. Ja, optisch, würde man sagen, ja, das ist Lickmere. Und ich möchte weiterhin alles Liebe, ganz viel Erfolg. Dir auch, mach weiter so. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Du bist jetzt auch einer von den Konstanten, die eigentlich immer, ja, so lange jetzt schon dabei ist. Und wenn ich jemanden mal sehe, auch was noch von den Jüngeren kommt und so, ich denke, da bist du auch auf dem seriösen Weg, dass du dranbleibst. Ich glaube, einfach viel. Ich will einfach nicht aufgeben. Ja, viele haben das Gefühl, es sei irgendwie schnell mal ein bisschen und so. Und das Programm schreiben, das muss man einfach nie vergessen, so eine Stunde, zwei Programm schreiben, ist halt schon eine Leistung. Jetzt ist eine andere Disziplin. Ja, es ist halt nicht irgendwie eine schnelle Mixshow von zehn Minuten, sondern es ist dann schon eine andere Geschichte. Aber das machst du gut, junger Mann. Vielen herzlichen Dank. und ich schaue immer gerne auf deinen Weg, weil ich immer so denke, siehst du, dort kann es gehen. Es wird, es wird, das ist, ja, es ist wirklich, einer hat einmal gesagt, du kannst gar nicht, es ist physikalisch nicht möglich, irgendwo immer Bohren an einer Wand, ohne dass es ein Loch gibt. Also wenn du immer am gleichen Ort bohrst, irgendwann ist dann die Band durch. Wenn aber immer nur so schnell mal ein bisschen machst, dann ist es schwieriger und von dem her denke ich, ja, es wird sich durchsetzen. Vielen herzlichen Dank, bist du da gewesen. Dankeschön. Ein weiteres Mal. Ja, ich komme gerne wieder. Und viel Spass in der Rosa. Hey, merci mal. Wird sicher gerne. Ich hoffe es, ja. Und danke Christoph. Danke Christoph. Macht's gut. Bis bald. Peace. Tschüss. Tschüss. Tschüss.